So, in der Liede, der Sturmzichter. Wir verlassen den Sturmzichter vor uns ja. Wir verlassen den Sturmzichter. Wir verlassen den Sturmzichter. Den Sturmzichter. Wir verlassen den Sturmzichtern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Get out of my room. I play Minecraft. Okay. Get out of my room. Oh, gee-gees. Hm, 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 hm. Ich würde alle Leute, die traden wollen, mhm, könnt gerne reinkommen. Epic und PSN steht unten. Was ist? Okay. 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 Okay, okay. 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 What do we do? Wenn du meine Nummer willst, geh auf meinen YouTube-Kanal und ich mache Video-Beschreibung. Ist ein WhatsApp-Gruppen-Link. Ähm. Keine Ahnung. 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 der kohle und der kohle zu mir durch die stadt durch die mauer ich bin noch fast drauf, lief mir hier rein. Zettel auf Nico. Oh geil, der ist auch da. Falalos. Furia. Dann ist der auch, du meine Ehemann. Epic steht unten, der epische, äh, der orangenen Name. Na, ich mach dir mal episch kurz. Mal gucken, ob das geht. Erwartete Einstellungen. Was mach ich? Was mach ich hier gerade? Was mach ich hier gerade? Ja, es geht. Epic. Oh Gott. I go in this Partychat. Hallo? Nico, komm mit der Partychat zu boh. Nico? Äh, komm mit der Partychat zu boh. Komm mit der Partychat zu boh. Ach so, okay, warte. Ich hab dich hier gerade angegangen. Ich hab dich hier gerade angegangen. So, bin wieder da. Ja, hi. Ja, hallo. Hallo? Äh, kommt drauf an, was du jetzt willst. Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... nicht so wirklich Waterjackos weißt du, weil mein Kumpel tradet mir die billig. Also... Ja, ich hab' ja auch... Ja, ich hab' ja auch... Ich hab' ja 7... Ich hab' ja 7... Und dann hat Brightcore das richtig viel vergeben. Brightcore so... 200 Brightcore sind so viel wert wie 700 Sonnen. Was für? Nein? Nein. Nein, nicht mehr. Brightcore so viel wert wie 2 Sonnen. Nein, nicht mehr. Brightcore so viel wert wie 2 Sonnen. Was? Ja. 5,7... Für was? Oder... Oh mein Gott. Ich brauch' nicht wirklich Waterjacko. Ja. Ja. Kannst du Screenshot schicken über Playsee, dass sie Doppel-Element hat? Krasser Gangster, Epic. Steht doch unten in der PSN, Scott Noroscoped und Epic auch. Steht doch unten der liene Balken. Steht doch unten. als ob ihr jetzt im dritten Räume seid war ganz kurz das keine Ahnung wie viel was wir dafür haben wie viel 400 Sonnen und trotzdem ich komme alle gemordelten OG oder fast alle Waffen beim Kumpel irgendwie für 50 bis 100 Sonnen weil der hat die gedubt weißt du er hat die gedubt ich könnte auch gedubte Waffen holen aber ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß weißt du dann kann ich mir auch 25 irgendwie 400 Sonnen kann ich noch zwei Worten Jackets oder drei bei einem Kumpel holen weiß ich meine ja auch kann ja sein aber ich war nur ja aber wie viel Witz dafür kommt man ich werde nicht so viel ja aber ich werde nicht so viel dafür für was war ja und die Energie die hat Energiebigger hm oder doch die, ey, die ist wirklich mehr wert als ähm ähm wasserschnieberwerfer ich schwör's dir hm ich hab vier Stücke von auf 130 abgibt so und mein Spaß äh okay dann stellen wir die nicht was hat die für komische Waffendecker ja ja aber wie so habt ihr so weiter weil ich schon ewig spiele was sind die, wie viel Witz dafür was geht was geht was geht was geht nein ich meine ich dich, ich meine ihn ja wie viel zahlst du als mit welchen mit dem zahlst du uns was hat was hat keine Ahnung ne du bist mit 600 bis 200 schon bist du immer noch draußen ja viel Spaß dabei gibst du mir 15 Sonnen für die was ist mit der was ist mit der was ist mit der ich weiß, hab ich das schon gesehen wie viel Sonnen willst du dafür ja 20 Sonnen ja 20 Sonnen würde ich machen ja 20 Sonnen würde ich machen hm fuhr er hat sie die ganze Zeit zu laufen die er Prozent zu Prozent Prozent an sich ja aber ich hab keinen Bock Sophie Miner also und was heißt Minus aber kein Bock so viel Sonnen auszugeben weiß ich meine ja ich weiß dass ich gewinn mache dadurch eigentlich nur aber ich schreibe die eh nicht die waffen weißt du ist das ding ich schreibe ja nicht ich mache ich nehme die einfach nur sammlung so ich bin richtig schlecht in rdw kannst du mir eine ok waffe schenken um und schon 20 er ist ich schwöre die hundert 5 weil sie die Zeit wird kann man Zeit kann man ziehen das weiß ich hier aufgrund sie nicht die kann man auch aus der Sammlung holen bei Körn aus der Sammlung holen ich habe keine es abkommt wir sind der Kurs wir sind der Tour der Kurschäden eher naturwürdig machen ja ich weiß aber juckt mich nicht an der Tour der Kugel ich trotzdem haben beim Worten der Kuh habe ich die schon bei meinem Kumpel der Schuld mir noch drei Stück ich habe schon eine für Phantom brauche ich nicht das ist zu teuer dich gibt es nicht ja ihr müsst mich über Epic enden weil heute geht Epic Games über Dinge das geht irgendwie nicht so und das wäre allerdings auch fast oder glaubst du dann nicht was bei er ab ein Waffen oder bei einem Waffen ich weiß nicht nicht nur so Prozent weist dies gibt es nicht okay er hat immer ich muss noch ganz kurz ein bisschen das anders machen weil ich muss man kurz einstellen warte so dann jetzt so auf Kommentare warte ähm willst du Nature Jacko traden hallo zeig mal Mats okay ähm Leon ähm 4 IQ Game äh wie viel was willst du für den Nature Jacko und lädst du mich ein oder also du musst mich über PSN keine Ahnung keine Ahnung wie viel willst du dafür keine Ahnung ich mach nie Angebot keine Ahnung nimm das nicht zusammen okay kannst leaven ha nicht böse gemeint aber nicht böse gemeint aber okay hier wie heißt es ähm also Leon wie heißt du bei PSN dann er wichtig Big Mac hat mir Anfragen geschickt keine Ahnung keine Ahnung oder ja können wir machen aber nimm an hab ich ja hallo ja ja was ist noch für in der Party ich höre die ganze Zeit irgendwen ja da war noch einer in der Party auch öffentlich ähm ist öffentlich du heißt Big Mac ne dann eh dann lass ich eben ein ja wird nicht Kommt drauf an, ob du teuer tradest oder nicht. Also ich trade meistens nicht so teure Gebote außer halt. Nature, Energie, Jacko. Du bist irgendwie leise. Kannst du mich erinnern? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz wieder das umstellen gleich. Ach, voll falsch. Ja, ich habe Sorgen. So. Hab keinen Miek. Könntest du mich vielleicht ändern, weil... Tom schreibt, Spielchat. Wer braucht... Und wo, Erz oder Waffen? Höre, arbeite ich. Warte, kurz, Leute. Ich gehe ganz kurz, Spielchat. Hallo? 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 Ja, hallo. Okay, hallo. Ähm, if, ähm, keine Ahnung, wie du heißt, trade du mit ihm erst mal. Die, OG-Waffen bitte. Äh, steht unten, mein Epic und Face-Einnahme. Was, wie bitte? Was habt ihr gesagt? Go? Ja. Ich hab schon jetzt. Irgendwann. Schach. 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 Ich hab auch... Ich hab auch... Ich hab auch... OGs, geht's... Nimm FA. Nimm FA. Nimm FA. Gerade mal sein, ihr mit Haarzeigen. Gezuhn live. Ey, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz nochmal eine FA nehmen, glaub ich. So. Ich zeig mal, händes aus, ich hab mich ganz schön live guck. So. So. Ihr müsst mir immer über, ähm, PSN FA schicken. Warte mal kurz, ich mach schon. Bei Epic Games geht das nicht, weil Epic Games hat heute irgendwie einen Fehler. Und deswegen kann man über Epic keine FA schicken. Äh, ach so, ja, hier. Warte. Warte. Ist jetzt nicht so zöger. Warte, ich mach einfach so. Oh, warte, Lager nicht noch. Ich hab schon gescanft für so einen. Hä? Hast du Doppeltoken? Oder was war das Doppelt? Was? Das ist irgendwie Doppelwaffel, ich hab Doppelwaffel-Element. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich hab ja noch OG Kürbiswerfer hier, Bleipröbel, Ouse-Eierwerfer. Geh mal kurz runter, die hier. Go, geh mal auf Siegereißer, bitte. Ich hab, glaub ich, keine. Ne, das war nur hier. Wo wird er eine Siegereißer haben, 82er? Ich brauch keine Siegereißer. Ich hab 380er. Ich muss mal nach ihr Tasse. Ja. Hier guckst du, wie? Ja. Na ja. Na ja. Na ja. 775. Ach, wo? Brauchst du mit Toten zu machen und Energieverschriften? Ich hab mit Wasser. Was? Wasser? Ja, ich hab Wassertoten, da was gibt es 130er. Und Milka nur 130er. Ja. Wie kostet das? Wie kostet das? Wie kostet das? Äh, die Toten ist auf Brightcore. Also, 11 Brightcore, eine aktive, 30 Effiziente und 15 Spreng. Ich will keine extra Materialien. Ist der Toten nicht auf das Werk? Äh, kann mich nicht enden. Ähm, ich weiß, dass ihr mich nicht enden könnt. Ihr müsst immer über, wartet mal kurz, ich stell noch mal was ein kurz. Ihr müsst immer über Playseiden. 130er, nein, bräuchte nicht, ich hab die, wie gesagt, mit Wasser. Hast du nicht auf den Städtor? Wir haben mit Wasser als Gitzung. Und Müll-Kannoyenz. Was? Aus der Schrift. Aus der Schrift. Aus der Schrift. Nee, eigentlich nicht. Ich brauche eher AUG-Waffen um gemordete, also so. Erst gekn loud. Äh, sonst? Ich hab's doch was wert, ich hab's. Ich hab's nur nicht. Ich hab mich auf die Schrift. tollet ist weniger als ein breitkorb sonst oder vielleicht ringbund kristall ist alles nichts wert weil es gedürft wurde ich habe selber welches aber eigentlich das bringt nix xbox spieler können leider nicht mitspielen weil ja also bei epic funktioniert gerade nicht deswegen können xbox spieler und pc spieler leider gerade nicht mitspielen es geht nur klassischen spieler was brauchst du also ich brauch gemordete waffen verlassen ja tut mir leid kamo aber epic liegt gerade flach und deswegen man kann über epic keine fahrs zurzeit senden das geht bei niemandem also ich habe nicht so viele skizzen aber ich habe 130er millkanone mit wasser 130er phantom mit energie 130er toten selber mit wasser 106 hydra mit energie 106 winter durch zerfetzer 93 euro wollte das gründers und sonst nur eine raddreise lauf 38 blitz im oj internet ach so ok aus dem 130er drucker habe ein kason oder wasser wasser muss dann vernachte das wet for my heart meister was das gleich noch kurz kommen nee die ist auch noch stumm schüttelt die ist auch noch stammt jetzt ich brauche ich nicht weil wenn die uhrs letzten sind die meisten doch wenn ich nicht bin 77 ich bin mir auch level 18 welchen steinwelt drin bin aber es gibt ja leute die in steinwelt gerade mal sind deswegen die können ich in freundlich sein den weißt du deswegen muss sie in steinwelt gehen sonst würde ich auch freundlich gehen aber wir fragen das ist das was auch schon so und das war die anwesend die jahre also wenn wenn nicht bestimmte Leute fragen ja klar Prozent und so ist weit von der Hamster war war ganz kurz das war schon mal haben es da um epic funktioniert deswegen nicht man muss über psn weil epic liegt irgendwie gerade flach und man kann keine epic fa versenden also unten steht auch mal okay was muss ich dir geben äh was muss ich dir geben zum fang keine ahnung ich kann aber nur 88er mission maximal machen keine ahnung brauchst mir nicht viel geben ich kann nicht absetzen und dann gehe ich wieder in sturm schild aber zu sehen kann ich mir egal wenn wir erstmal die mission reingehen leute erwarte ich will noch ganz kurz mit es wird vom reihe um 6 0 in 3 schäden und dann dann können dann fahrt ein ganz kurz gell hallo um du hast du ein paar Berge oder Pech schwarze ich habe Pech schwarzes 500 fast und fahrzeuge drei stecks und 184 er kommt drauf an was willst du dafür es gibt dafür was brauchst du also ich könnte hier ob sie anbieten zum beispiel ich brauche entweder ja sonst drei breit koops die schatten oder effizienter das wäre das wichtigste erst mal gerade ja so oft braucht ihr auch also was über kann man sich hier auf die begeben ist dafür keine ahnung was wie viel wird es mir dafür geben also warte für was doch mal für 600 faserregel und 500 pechschwarzes also 784 um den ganz fahrzeuge und um 499 um pechschwarzes ok würde ich dann noch panzerband drauflegen panzerband ja ok danke sorry ja dann keine ahnung 100 ob sie so wie aber 150 weil guck mal einen kumpel gibt mir für 50 fahrzeuge 20 sonnen für 50 ja für 50 der ist der 8 ja dann hat der 8, keine ahnung was kason ja ok dann könntest du dich ja bei dem reichfahren so zu sagen ja kennt ja er hat er entweder alles gediebt oder ja wer muss alles gediebt haben weil kein mensch macht eigentlich für 50 sondern ich weiß nicht was bei ihm los ist aber er hat mir jetzt 500 Sonnen getradet und ja ich bin zwar ja ja also das maximale was ich dir dafür geben würde wäre 175 ob sie aber mehr hat nicht so weil das ist eigentlich schon ein für normale für normale leute die normal traden ist es eigentlich ein guter ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß aber üblich viele kollegen die halt mit mir so also ich krieg eigentlich alles günstig so von leuten weißt du aber manche leute haben dann halt so irgendwie Natur Jacko Launcher oder also was weißt du dann wenn ich halt mit denen ich suche zumindest gerade ein der Natur Jacko hat ich kann nur noch ein bisschen die Mission machen das finde ich auch um neuntausend und einhundert effis ah ja es wird es mir ist ja auch von ja ich würde dir welche geben aber wenn du halt so komische also ja so breit gemacht wie halt ja effektiv sind und ist schädig mir ja keiner ist das Ding effektiv kann werden von daher das ist okay dann für den so wie gesagt haben und nimmst du noch flanken drauflegen weil man brauchen ja ich habe ein steck flanken gerade mal mach so kann ich aber drauf geben aber wie viel wie viel effektiv gibt es nur dafür und ich mache einfach einfach ich habe Natur Jacko als Skizze durch einen Bug ja genau weil die Crafter alle gebannt wurden davon es nur ein Crafter gab beste beste Leben wenn du ihn hast und ich geb dir 100 Euro wenn du Skizze davon hast ich geb dir ohne scheiß 100 Euro wenn du jetzt reinkommst und Natur Jackos craften kannst kriegst du 100 Euro von mir ich schick dir gleich einen Beweis ne komm rein ich will doch sehen ja also wie viele Essis ähm für die faserigen Pech Quartes und 200 Planken ich schick dir ähm warte ganz kurz das ist Sneaky ähm kann ich stell her okay wenn du mal ähm wie heißt das ähm kannst du mir ganz schnell FA schicken über PSN bitte weil über Epic Epic liegt flach und sonst würde ich jetzt auch schicken aber äh sonst muss ich nochmal auf Play-Menü gehen aber dann weißt du das scheiße okay ich mach nur einen ähm ähm einen n ich auf ich auch keine Ahnung was du meinst aber okay ähm was ist nochmal gesagt Effis wollten wir traden gell ja genau sag aber wie viele wie viele würdest du mir traden weil ich hab keinen Plan wie viel äh du darfst ja ich hab auch keinen Plan halt äh äh was was du dafür haben willst sie müssen halt irgendein Vorschlag machen dass ich da irgendwas dazu sagen kann ach so ok ja eigentlich mach ich das immer so und die alle Leute sagen es bei mir selber was die dafür geben deswegen ich ich mach immer nie selber Angebot weißt du deswegen war ich immer ganz schwer für siebenhundert Faserrögel und 500 Brichschwarzes ähm und 200 Flanken mhm würde ich dir 600 Essens geben ja ok warte hier warte kurz der eine soll mal weggehen kannst du weggehen kurz oder warte kurz komm mit äh nachdem ich mit ihm getradet habe und der Typ mit Jacko hier war warte also per schwarzes und hier und planken so ja oh hier noch welche genau ähm Dankeschön wir schon äh was willst für Sonnen ähm keine Ahnung irgendwas Effi ist am besten brauche ich immer für Sonnen oder irgendwelche ein Tool Jacko oder so willst du raus? ne weißt du was wird ja oh mein Gott Pfff bin neu Abo und like Isla Dankeschön äh für Sonnen ja ich suche zur Zeit eine Natur Jacko aber ja schau mal warte ich zeig dir mal was äh schau mal ob du das brauchst ja schau mal und schau mal es ist den letzten Programm nach komm loll der sturmgewehr ja ach das ist ein app mit sturmgewehr färg 1 1 1 1 1 1 1 1 es geht es geht es geht aber es ist trotzdem wert um umso schlechter die Farbe eigentlich ist umso mehr ist es eigentlich auch wert ähm willst du den haben ähm willst du den haben können wir traden ja wir können traden ihr schickt schickt mir einfach über PSN ähm god knows god steht unten in lila da ähm willst du den haben was willst du dafür ähm mein Name ähm hast du Sonnen ich warte ganz kurz ähm brauchst du oh ich schätze mal OG Elektronenröhren wer von 39 Blitz episch mit Feuer äh schreib mir mal deinen EO Namen in den Chat ähm unten steht mein PSN Name weil Epic liegt gerade flach ich kann über Epic keine FAs annehmen und niemand kann FAs verschicken also wenn ich euch FAs schicke die kommt nicht bei euch an weißt du da steht dann Fehlermeldung und ihr könnt mir auch keine schicken deswegen ihr müsst mich über PSN adden ähm und äh du meinst so einen Elektronenröhrenwerfer gell den hab ich schon mit Feuer hab ich von Neko getradet dann kann ich nicht und Treden äh äh ja ist 6 Bridecon naja kommt drauf an Meko Fragezeichen ist ein Youtuber Ich habe von dem Elbkornröhrenwerfer mit Feuer getradet und zwei Water Jackals, aber der hat mein Kumpel. Der schuldet mir noch drei Water Jackals. Ich bin so ein 31er. Würdest du mir Sonnen dafür geben für den Raketenwerfer mit Sturmgewerfer? Ja, wie viel willst du dafür? Also da war mal in Neko sein Video, da hat er gesagt, dass er 200 wert ist, also mindestens 200. Aber deswegen ist, ich glaube, das würdest du mir nicht geben und du musst ja auch noch ein bisschen Profit daraus schlagen. Würdest du mir 100 dafür geben, dann könntest du mindestens 50 so einen Gewinn machen dadurch. Wir können dann ja auch nicht traden, leider. Wieso? Also ganz kurz. Ich weiß, oha, wir können dann ja auch nicht traden, leider. Wieso können wir dann nicht traden? Wir können alle traden, aber wir müssen über PSN FA traden. Ja, vielleicht habt ihr keine PS hier. Ja, das ist das Problem. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwem... Ich gucke mal, ob ich Karmus schicken kann. Komo wollte ich grad schreiben. Würdest du 100 sollen machen? Nein, geht nix. Komo brauchst du noch 58er als bist. Oder die Spitze. OG? Oder? Äh, aber die war zuletzt dran, die war im Ding. Ja, also wenn du Skizze hast, ist sie OG an sich. Aber, ähm, sieht man Wasser vorne drauf? Oder, also hast du die schon aufgeperkt? Also so... Ja, der Ding, Element ist Wasser. Ja, ich weiß, aber ich meine, hast du dich schon aufgeperkt? Also Stats verbessert, so blaue Stats und episch... Also... Also hast du gar nichts an der verändert, außer Blitzlevel aufgelevelt? Ich hab nur 82er und die Rückenbrecher. Rückenbrecher. Also für Herstellungsmaterialien würd ich dir abtrainen, aber... Ich hab heute... Ja. Wollste auch noch nicht... Dann bräuchte ich halt einfach 11 Malachit, eine aktive 30 Feinkönige zu 20 Planken. Aber ich hab das nicht mal. Ich hab gefühlt gar nichts davon, außer das Malachit. Also würdest du dich, äh, mit dem Sonnen machen? Ähm, eher ungern, weil... Ne, jetzt, nicht komisch, aber... Ist halt nur ne blaue Waffe, weiß ich meiner. Ne, ich weiß, hab die ist geglitscht. Ja, ich hab auch ne Bildschwaffe geguckt. Ja. Gibt es dir überhaupt keinen Sonnen dafür geben? Ähm... Sagen wir so ungern, sehr ungern, aber... Weil... 100 Sonnen für ne... Ich... Ich... Ich weiß... Weil, guck mal... Ich würde Profit machen, aber das Ding bei mir ist, ich trade keine OG-Waffen, weißt du? Ich trade keine Waffen, ich trade nur meine normalen Waffen, ist das Ding. Die OG-Waffen und sowas, das ist einfach nur ne kleine Sammlung von mir ist, als... Wenn ich das mal so sagen kann, weißt du, ich meine? Hm... Ich sammle die halt einfach nur, zum Beispiel, die... Okay, wenn mir jetzt einer für den Kürbis wäre, für 500 Sonnen oder sowas gibt, klar mach ich das, weißt du... Ich bin angenommen, nur, weißt du... Oder halt irgendwie für... Was? Hat einer von einer für ein... Vielleicht steht ein Silbererz? Ein Silbererz? Ich glaub, ich hab gar kein Silbererz. Äh, ne, sorry, tut mir leid, hab gar keins. So, dann schau mal die hier. Schaden durch diese Waffe verlängert. Ja, ist auch OG. Ja, OG und hier hat nur vier Perks, also drei Perks plus dieses eine. Davon hat sie aber auch mal eine Skizze. Davon hat sie auch mal eine Skizze von... Mit zwei Perks sogar nur. Ich hab mal ne Trommelgewehr mit irgendwie neun Stats. Obwohl ja... Ich kenn dann nur irgendwie mit acht Stats, aber ich hatte mal eine Trommelgewehr mit neun. Brauchste OG-Waffen, weil ich hätt, ähm, ne OG-Rafierklinge mit Feuer und OG-Rafierklinge mit Wasser. Äh, ich trade hauptsächlich halt nur so... Ähm, besondere, sag ich mal, in Klammern besondere Waffen, so wie Kürbiswerfer OG, Schneeberwerfer OG. Ohhhh, ja, eh, eh... Ja, 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 ich hab 알아personal... ... o zu über die Aqui's Sache. Und Hiara, hab ich Skizze von in Sammlung. Okay, ich hab nur 106er und die Kürbiswerfer auch noch... Äh, ich hab vierhundertreißiger passt... Wie koste er, koste er? ...n genug, was gegeben würde. Nein. So, ist er voll? Ja. So, was soll ich dir gehen dafür? Hast du 5 Sterne Sachen? Äh, ja. Wartest du bislang? Ja. 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 Ich hab Spektrolyt, Brightcore, Obsidian, Schattensplitter, Rachid, Regenbogen. Wie viel Brightcore hast du? Sechs Stück. Ja. Hast du Pech-Schwarzes? Wie bitte? Pech-Schwarzes Mineralpulver. So. Ja, nur mit 10. Freikorln und Pech-Schwarzes. Brauchst du oxidiertes Mineralpulver? Ja. Ja. Ich brauche auch wirklich. Ich habe 375, äh, 67, so. Okay, ähm, ja, also Schüttel wird abfällt, aber halt für keine Effizien mehr. Ja, okay. Ähm, zum Beispiel, wie könnte das nur OXY anbieten? Wie viel willst du? Also für 300 OXY würde ich dir ... Oder warte, wie viel OXY war's? 367. Also fast 400. Ähm, würde ich dir 100 OXY geben, weil du weißt ja bestimmt selber, wenn man in die Zone einen Farm gehen kann, geht man einmal durch zwei Steine mitten in Deck und hat schon vier davon. Ja, ich weiß. Ja, also 100 OXY sind die dafür geben. 100 OXY, warte mal. Hast du Schatten? Nee. Scheiße. Warte mal kurz. Hast du noch glatte, weil glatter hat jeder eigentlich. Ja, hab ich aber du brauch ich halt noch. Ich hab nur noch 300. Ach so, okay, okay. Ja, weil ich hab auch nur noch 3000. Also. Auch wenn, was heißt nur, aber ich mag's halt lieber, wenn ich mehr habe. Oder hast du Malachid noch? Äh, ja, Malachid habe ich nur noch, warte, 400. Weil ich brauch das ganze Zeug halt nicht mehr. Ich bin jetzt halt bei Breiten. Wie viel Malach, wie viel Malach wird es mir dafür geben? Fürs oxidierte? 200. Okay, na, das ist auf sie. Nein, Spaß. Kannst ein bisschen mehr machen, weil, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, Maximo Ruh, der gegeben hätte, wäre 215. Aber es ist einfach nicht mehr wert, so. Ja. Wie ich, wie gesagt, ich kann jetzt auch in 128er, äh, so ein Farm gehen. Ach so, du hast sagst. Ach so, okay. Ja, das weiß nicht. Also, ich hab nix reingeschrieben in Chat, aber ich kann halt einfach da Farm gehen. Ach so. Ja, weil du hast gesagt, wie gesagt, deswegen ich hab gedacht, dass du wärst das gewesen, der das geschrieben hat. Ey, können wir, können wir bei dir ein bisschen Farm gehen, es gibt dir irgendwas. Hm. Ähm. Ja, ich kann euch einfach in eine Mission reinbringen. Ja, und willst du dafür irgendwas, oder? Ja, keine Ahnung, gib mir einfach ein Steckschrauben oder sowas. Okay. Korrekt. Ja, also würdest du, äh, das Oxy, ähm, gegen die 215 Maler und, keine Ahnung, ich könnte dir noch 25 Oxy dazu geben. 25, warte, das sind da, warte, weil ganz kurz, lass mich ganz kurz jetzt gucken. Kannst du 33 machen auf Ehre, das wär perfekt. Das wär groß. Ja, dann würde ich dir aber nur 200 Maler geben. Ach so, wie viel Maler wollte es mir sonst geben? 215. Ach so, ja, das passt dann. Dann nehme ich lieber mehr Oxy. Nee. Warte, hier, ähm, 100 und dann 33. Warte. Auch wenn ich das oxidierte gerade wahrscheinlich viel zu billig getradet habe, ist mir jetzt egal. Ist das fertig? Äh, ja, würde ich auch erstmal sagen. Kannst du, warte, äh, würdest du noch, äh, glatte traden, also 1 zu 2 zu Effie? 1 zu 2 zu Effie? Also meinst du mich jetzt, du, ich, du kriegst von mir glatte? Äh, ich hätte dann 1000 Effie gegeben und du mir 2k glatte, wenn du das gemacht hättest. Uff, 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 uff. Wozu brauche ich überhaupt noch glatte, ich brauche nur für die Hydra und für die Wintertech, gell? Ähm, 1000 Effies für 2000 glatte. Ja. Müssen das unbedingt 1000 Effies sein oder können wir auch bisschen weniger traden? Ähm, also weniger würde sich halt meiner Meinung nach für mich nicht so richtig lohnen, wenn du das jetzt stehst, weil dann müsste ich so viel, ähm, die ganze Zeit halt rumtraden, bis ich mal bisschen mehr glatte bekomme. Und, ja. Er sagt, 1000 glatte sind nicht so viele, weil ich möchte, möchte halt immer mindestens 2,5k glatte oder 3k immer behalten eigentlich, weißt du, und ich hab jetzt gerade nur noch 3k, ist das, eigentlich würde ich gar nicht glatte traden, aber, Effies brauche ich halt auch, so ist das Ding. Ja, also was ich machen würde, ich könnte dir 500 Effies geben, wenn du mir 1k, äh, glatte gibt, dann hättest du noch 2k glatte. Ja, das würde ich auch machen, weißt du, aber. Ja, okay, dann machen wir das so. Ja. Ähm, warte. Warte, ich muss ganz gut decken. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das war das alles, ne? Ja, genau. Dann fertig? Ja. Ähm. Ja. Glauben zumindest, geil, jetzt hab ich so viele Effies von ihm bekommen, ich weiß, was ja. Okay, ähm, ich verlasse erstmal dann, und dann können wir, falls du Bock hast, ähm, also ich würde nicht mitmachen, ich kann euch einfach in die Mission reinschicken. Ja, mancher. Also, wär nett. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du mir ein FA schicken, ich helfe, GIF, achso, für die Mission. Ähm. Also, wenn du die Mission meinst, eher, ja, okay, aber du musst mir FA über PSN schicken, Gottnowskript. Mach später viel nach dem Stream. Wie bitte? Ja, wann geben wir jetzt? Farm. Also, wenn er zumindest macht, wär zumindest netter. Muss ich das so gehen? Einfach 200 Schrauben. Ja, okay. Machst du dann irgendeine Mission, die in der Stadt ist und ein unendliches, oder? Mach ich kann die gucken. Ich such mal. Also, wenn keine 128, dann muss ich über 100. Kick mal Bitmatch. Kick mal Bitmatch. Ein Hau. Ein Hau. Über 100 Tablets Mission ist es auf jeden Fall. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Also, ich lasse ihn in die Mission rein, der mir 200 Schrauben gibt, wenn ich den Kick ist. Ja, 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 alles gut, alles gut. Also, wir geben dir alle drei. Ja, warte, dann gehe ich in die Mission rein. Er macht einen schon 600 Schrauben dafür, dass er uns in eine Mission reinbringt. Schon unfair, ein bisschen. Ach so. Nein, von jedem 200 Teils insgesamt. Ein Fahrt. Er lässt uns so eine große Mission. Ja, eine 224 Mission. Aber am besten eine, die unendlich wäre, also nicht so eine 20-minütige. Dass wir besser haben. Ja, ist Treibstoff für die Heimatbasis unendlich. Ich weiß gerade gar nicht. Keine Ahnung. Am besten wäre, glaube ich, verteilt die, ja, so war, so eine Datenbeschaffung. Guck mal, ob es da oben noch eine gibt, eine oder sowas. Ja, also, ich hätte hier eine 124er Reiter auf den Blitz, aber die ist halt nur in Vororte. Können wir machen? Ja. Ja, okay. Dann lass die 100, oder? Nee, warte. Ja, okay. Kann uns noch eine Trennung drücken, oder mit? Auch wenn wir hier noch starten müssen, ne? Eine 108er Industrie-Mission wäre hier noch. Die ging unendlich. Ja, 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 ja. Okay, dann die. Ja, okay. Kann gut, warum musst du hier fahren? Und nur, zu effizienten. Oder war die ganz gut, brechen, ganz gut, brechen, ganz gut, brechen, ganz stopp. hier gibt es eine effiziente Klappe äh, abbrechen, ne? ja, ich kann nicht mehr abbrechen, jetzt musst du also ent... ja ja, wollen wir einfach reingehen was? schön fahren warte, schlitte kurz zu 10er Traum weil da war eben noch eine 100... 116er glaube ich und die wäre auch unendlich und die wären in der Stadt gewesen fuck, jetzt habe ich keinen Decker drinne, fuck ey, ich hab's drin, geschafft ey, kann ich kurz verlassen und die ladet mich gleich ein? ja, kann ich machen, also die, die jetzt in der Mission fahren, gibt mir einfach 200 Schrauben und dann gehe ich raus und tu den anderen nochmal rein ja, okay warte, ich verlasse dann gleich, ladet ihr mich dann wieder ein, ne? ja okay, gut ja, wo bist du? ja, alle Leute können eigentlich mit farben, aber... warte, glaub noch nicht, ich bin ganz kurz irgendwas so, der hat noch gelöst ich bin da, wo bist du? okay, warte, ich verlasse ganz kurz wieder ich muss nur ganz was machen, eine Sekunde ich komme gleich wieder rein ich muss ganz, ganz schnell was machen ich muss ganz, ganz schnell was machen ich muss ganz, ganz... wieso wird mir das nicht angezeigt? ich kann den Link nicht löschen ich kann den Link nicht lachen oh, ffff oh, okay, wird mich dann Hallo? 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 Ja, hi. Ah, ja, hi. Ich warte. Okay. Warte. Ja, ne, nehme nicht wieder die gleiche Warte, gehen wir nach rechts, gehen wir nach rechts? Öl, rechts, ja. Also, ja. Die ganze Zeit nach rechts, nochmal nach rechts, nach oben, weiter geht nicht. Ja. Und jetzt noch einen nach oben. Ja, ne, 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 die ist nicht unendlich. Ja, okay, dann bringe ich auch in die andere Seite. Okay. Da kannst du auch alleine fahren jetzt. Warte, das sind 96er, da kann ich auch formen, in der Saison sogar. Ja, okay. Warte, ne, richtig kurz ab. Okay. Ähm, warte, in welchem Sitz ist rein? Kannst du hier in die Industrie hin, du kannst mir mal ganz kurz Gruppenanführer geben? Äh, ja. Fuck eben, Warte. Da hast du 118, da siehst du die? Ja. Kannst mich da gleich reinbringen? Ja, ähm, kann ich die machen. Wenn die dir auch angezeigt wird, aber... Die wird dir nicht angezeigt werden? Ne, die wird mir nicht angezeigt. Okay. Also, ich bring dich dann, ähm, in die 108er, ähm, hier in die Industriezone rein, okay? Ja, okay. Dann kannst du effizieren. Das glaube ich ne 90er, aber passt. Oder ist das bei dir nur 100, den ganzen... Bei mir ist das ne 108er. Ja. Okay, bei mir wird ne 90er angezeigt. Ich muss halt noch bisschen aufleveln und dann kann ich auch... Fuck, ich bin so behindert. Batsch! Du hast schon wieder nicht in den Decker genommen wird. Ja. Ey. Scheiße, jetzt so auf, okay. Ich mach's einfach so, okay. Trotzdem danke. Weil... Das musst du dir auch nicht antun. Also, wenn du willst, kannst du nochmal verlassen, aber ich glaub, du hast ja keinen Bock drauf, gell? Ja, ich hab' keinen Bock auf Farmen. Also, was wir noch machen könnten, wir könnten ganz kurz da die Storm Chests suchen und die kurz machen. Ja, okay. Nice. Ey, Mann, ich bin doch so dumm, ne? Wieso vergesse ich das schon wieder mit dem Entdecker zweimal, ne? Mal ganz kurz. Okay. Äh, schrauben. Ich muss ganz gut runtergehen. Hier. Nice. Okay, dann lass' den Storm Chests suchen. Ich muss mal ganz kurz meinen Bildschirm umstellen. Okay, ich schaue mir auch extra noch nichts ab. Ja. Okay, Sturm Chests, gehst du auf die einen Seite lang, ich geh auf die anderen lang? Ja. Okay. Ich glaub, ich muss mir morgen noch vom Turm herfällen. Absturm fest. Okay, ich komm zu dir. Anonym. Was hast du gesagt? Ich bin kurz, warte ganz kurz einfach. Ja, ich bin kurz, warte ganz kurz einfach. Ich lauf' eh grad weg, weil hinter mir sind tausende Zombies. Ich hab' nicht mal meinen scheiß stärksten Helden reingenommen. Nix ist gut gerade. Keine Drohne. So rip, ne? Ich weiß ja. Jetzt kommt hier so'n scheiß schwerer. Ja, okay. Ja, Bruder. Egal, warte. Ich bin eh direkt neben dem Spawn. Okay. 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 Folg mir einfach. So. Erstmal acht Schrauben bekommen. Besser ist das, der ja. Ach, da vorne ist die Warte. Sorry. Hier. Bei mir. Ich hab' doch. Warte. Lass' mal den Schäber töten. Schnell. Weil auf den hab' ich keinen Bock. Ja, hab' ich. Okay. Okay. Ich starte. Ja, mach. Okay. Ich starte. Ja, mach. Okay. Okay. Ich starte. Ja, mach. Ja, mach. Bitte. Ja, mach. Okay, das sollte so easy sein. Yeah, easy. Easy, clap. How would it go? Yeah, we could just enter this one. Yeah, I know, but you can get every weapon. Yeah, I know. Yeah, I know. Aber die sind nicht wert. Ja, aber trotzdem einfach mal nicht. Ich hätte gedacht, es gibt wieder nur so eine Scheiß irgendwie. Ich habe auch eine Wintertech Alpha bekommen. Nein. Und ich habe auch meine Blutze 21er Wacht bekommen. Aber die sind halt einfach nichts wert, weil die auf das Lumpf ist kommen. Ja, kann man Leute verarschen. Die haben keine Dingens. Die haben keine... Wie heißt es denn, Mann? Die erschaffen, aber ich kann die nicht mitnehmen. Kann sie mir ja schenken. Nee, kann ich nicht, weil ich kann die ja nicht aufheben und... Ich habe irgendwie ganz kurz einen... Äh, irgendwie einen Dingensweg oder sowas, weil ich sehe sie ja leider nicht. Das wäre Ehre. Stop. Ich habe irgendwie gerade ganz kurz was weg. Äffi. 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 Darf ich dir? Nein, warte, warte, warte. Schade. Ey, ich habe so viel Scheiße im Inventar, das werde ich nur noch in meinem Leben wieder brauchen. Ja, okay, äh... Wir schaffen nicht das. Das ist weg. Und dann wird nicht wir schaffen weg. Äh... Geil, Dankeschön. Ja, okay. Äh... Ciao. Ciao. Ah, ja. Oh, Leute, ich war ganz kurz, ich muss ganz kurz weg. ... ... ... ... ... Skidab... ... ... Ähm, hast du deinen Freund, dein Clip auf PS? Hat er, ach so, warte. Ähm, zeig mal Mats, zeig mal Mats. Ähm, Brightcore, Sonnenstrahl, Opsi, Schatten, Maler, Effis und Glatter. Darf ich, darf ich mitmachen, bin Blitz 82. Ähm, ja, ihr könnt mitmachen, ihr müsst mir einfach nur über PSN, äh, FA schicken. Also ich heiß auf PSN, so wie es da oben steht. Oder hier steht's auch nochmal. So ist ich auf PSN. Dann könnt ihr mich adden und dann können hier noch, ähm, paar Leute rein. Wenn ihr mir Schrauben gebt oder irgendwas anderes, kann ich euch mitformen lassen oder ein bisschen Opsi oder sowas. Nei, Opsi. Brauchst du 106er Argon Sturmgewehr auch? Ja, unbedingt länger. Ich schwör's ja. Was willst du dafür, dass Strange hat? Das braucht es. Ganz, ganz dringend. Ich suche schon seit Tagen irgendein Argon Sturmgewehr mit anderen Element oder Naturgecko. Ich muss nur kurz hier fahren. Der vom Kaiser Noel. Nein, Spaß. Aua. Schieß, machst du kein Auge? Allah-Billah. Ähm, kennst du mir... Kannst du raus... Ähm, kennst du mir F.A. senden, heiße, freezy, hyper... Also Epic... Ähm, ich kann hier über Epic keine F.A. senden. Das geht nur über PSN, weil, ähm, über Epic... Epic hat irgendwie, ähm, Epic F.A.s down oder sowas. Also man kann zurzeit keine F.A.s anderen Leuten über Epic senden. Deswegen geht das nicht. Deswegen muss man über PSN schicken und, ja... Dafür kann ich auch nichts. Und weil ich mich die ganze Zeit rumstehen will, nehme ich halt nur F.A.s an. Das ist nicht, Mann, weil sonst sterbe ich. Deswegen müsst ihr mir F.A. auf PSN schicken, wenn ihr mitmachen wollt. Wie viele Sonnen und Bright gibst du? Ich weiß nicht, wie viel ist dafür. Und kann es rausgehen? Nein, ich kann nicht rausgehen, weil... Ein Kumpel hat mich in die Mission reingeschickt. Also, ja. Weil ich kann nur in Blitz-90er-Missionen rein. Und da bekommt man gerade mal Glatze und, und... Obst hier und sowas. Und ich brauch ein bisschen Effies, weil ich hab zu wenig. Hashtag zu wenig Effies. Na toll, ich bin ein PC-Spieler. Äh... Alter, wie viel schreibt ihr gerade? Sagst du... Sagst du... Nein, ich weiß nicht. Ähm, gehst du raus oder farmst du noch? Äh, nein, ich farme noch, aber ihr könnt bei mir reinkommen. Ähm, ich muss euch dann nur einladen. Brauchst du einen Wintertech-Blaster? Nicht unbedingt. Kommt drauf an, wie du den Trades. Na toll, ich bin ein PC-Spieler. Tut mir leid für dich. Ähm, Tim. Ähm, sagst du... Ähm... Warte, wie viel schreibt ihr gerade, Mann? Ohne Scheiß. Ich bin gerade überfordert. Ich hab, glaub ich, noch nie so viele Nachrichten. Alter. Ich habe auch Creaking-Expert. Ähm... Was gibt's denn für eine Wintertech-Blaster? Ähm... Kann ich reinkommen? Äh, ja, kannst du, wenn du mir F.A. auf Play schickst. Ähm, man lade sich ein. Ähm, was ich für eine Wintertech-Blaster gebe, kommt erstens drauf an, was die für Stats hat, was für Element, ob sie gemordet ist. Und, äh, ja, und halt noch so ein paar Sachen, du weißt, was wir jetzt machen. Und welch Blitzlevel und sowas. Geil, die will die Epi schwenken. Sag mal deinen Epi-Namen, ich gebe dir Müllkanone geschenkt. Ich brauch keine Müllkanone, aber trotzdem danke. Sag deinen Namen, sag mal deinen Namen. Ähm, man kann nicht über Epi-Epic... Alter, das ist laut, warte mal kurz, ich muss das ganz kurz ausmachen. So, man kann gerade nicht über... Jetzt hört man meinen Controller, übrigens laut. Oh, jetzt hab ich noch lags, danke dafür. Ähm, man kann gerade nicht über Epi-F.A. schicken. Also, niemandem kann niemandem schicken. Wenn ich euch jetzt Epi-F.A. schicke, da kommt bei euch nichts an. Die wird auch gar nicht verschickt. Epi-Kartas irgendwie gerade, ähm, flachgelegt. Also, Moment, flachgelegt. Beste Leben. Ähm, also man kann gerade nicht, ähm, über Epi-Epic machen. Deswegen muss man es über PSN machen. Sorry, tut mir leid. Oh mein Gott, ich hab 100 Nachrichten-GGs. Äh, sag mal, wie heißt du... Normal-Heise... Wenn du Argon-Sturmgewehr haben willst, dann sag du... Ich will auch so haben. Sie ist 106 normale Stats und Energie. Die, ja, ich würde, schätze ich mal, so... Kommt drauf an, was du... Oh mein Gott, was ist das? Ähm, ich würde maximal, glaube ich, 30 Sonnen oder sowas dafür geben. Und für die Argon-Sturmgewehr, da hab ich echt keinen Plan, weil ich such schon lange eine und jeder will halt unterschiedlich Sachen. Manche wollen 400, manche wollen 500, manche wollen 1000, manche wollen mehr, weiß ich meine. Das musst du entscheiden. Da weiß ich nicht, was deine Vorstellung ist, weißt du. Ich kenne noch einen, der will 200 dafür, aber dann hat er gesagt, nee, ich hab einen Kumpel, der gibt mir noch mehr dafür und dann, weißt du. Ähm, robuste wie viele? Äh, null robuste. Hab keine robusten. Brauch ich nicht. Ähm, wie heißt du? Ähm, hier ist mein Name, warte, wenn das mal weg geht. Da, ey. Ich hab's nicht. Da ist mein Name, also mein PSN. Mein Alter, das hat mich so spürt. Da ist mein... Da ist mein PSN-Name, so, okay. Ich... Ich... ...wieder 100 Sonnenwollen. 500 Sonnen, äh, ja, okay. Also, für 500 Sonnenwollen würde ich die sogar, glaub ich, uptraden. Also, ich muss noch mal gucken, wie viel die wert ist, über... ...bei Neko oder sowas. Und dann guck ich... Also, wenn die weniger als 400, das einer sagt, dann trade ich mit die nicht, aber... ...sonst passt das. Also, so viel würde ich auch bezahlen, 500. Weil ich weiß, die sind eigentlich relativ viel wert. Also, ich mach das mal ein bisschen kleiner. Hm, okay. Ähm, würdest du für die Blast auf ihre 200 Glatte geben? Ähm, 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 ungerne, weil ich wollte nicht unter 2K glatte gehen. Und ich glaub, ich hab schon wieder weniger als 200... ...2K glatte. 2,3. Also. Ungerne würde ich für die Blaster... Also, wenn ich's mir angucken dürfte, ja. Und dann kann ich's dir sagen. Davor weiß ich's noch nicht. Aber... ...kommt drauf vor an. Wie ich die geil finde. Ähm... Oder... ...400 brauche halt. Schade. Ja, tut mir leid, aber... ...ich muss ja auch noch ein bisschen Plus machen, weiß ich mal. Ich mach mal so, weil sonst... ...fack, was ich da... ...ich ganz Zeit rausnehmen muss. Da steht dann auch gleich mein PSN-Name immer. Oder wieso krieg ich nur glatte? Keine Ecke, ist egal. Er hat mich abgezogen. Kappa. Wie viele Aktive würdest du dafür geben? Aktive? Du musst in die Höhe bauen, um den Atlas zu platzieren. Oh, ich ist laut. Aua. Will die loswerden? Ach so, ja, okay. Ich merk schon. Keine Ahnung. Aktive. Pff, was sind die wert? Also ich weiß, dass aktive viel wert sind. Schreib mal einen Preis. Gibt's mir nicht irgendeine Kiste? Ich will Kiste öffnen. Ganz ehrlich. Weiß einer von euch, wie viel eine aktive Wert ist ungefähr? Also zu Sonnen sozusagen oder zu irgendwas anderem. Weil damals war das so. Mein Frott hat mir damals 300 AFK... Aktive Angebot. Aktive Angebot. Ähm... Aber da waren sie noch knapp 500 wert. Jetzt würde ich 350. Aktive? Du willst 300? Pff, geh mal weg, Digga. Nicht böse gemeint, aber... Digga, das sind viel zu viele aktive. Ähm... Ich schick dir gleich FA über PS. Vier aktive sind zu... Sonnen 1 zu 2. Warte. Ich schick dir gleich FA über PS... Ach so, über Playzie 4. Ähm... Aktive sind zu Sonnen 1 zu 2. Bin Level 130. Tschüss. Okay, Bruder. Er ist der richest Boy hier. Aus... Aus ganz Fortnite. Mein Spaß. Aber... Auf jeden Fall... Viel sehr hoch. Ähm... Ja, also 1 zu 2 zu Sonnen ist das also auch nicht mehr wert als... Also... Ja. Okay, wie viel würdest du... Dann geben. Sorry, falls ich so scheiße vorlese, aber... Ist Angewohnheit, dass ich... Weil das ist so komisch manchmal. Zum Beispiel... Wür... Würdest... Und dann halt da einen Tee, weißt du, wie ich meine? Deswegen, da komme ich manchmal durcheinander. Tut mir leid, auch immer. Ähm... Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche die gar nicht so dringend, ganz ehrlich, weil eine... Also eine Wintertech zerfetze. Also für eine Wintertech-Waffe will ich jetzt ungern eine 350 Aktive geben. Oder meinst du jetzt für die Argon? Ich bin nämlich gerade durcheinander, wer die Argon angeboten hat. Ich kann nämlich gerade nicht gucken. Also wenn du für die Argon 350 meinst, wenn wir dann ein bisschen runtergehen würden und dann irgendwie noch ein bisschen Sonnen oder sowas stattdessen machen, dann würde ich es vielleicht machen. Aber wenn für die Wintertech-Blaster, dann sehr, sehr nein. Nein, einfach nein. Oh, ich darf nicht ran. Kumpel an, ich darf nicht reingehen. Ich habe die Argon... Achso, okay. Ja. Nein, hab sie... Blaster... Schade, 200. Nein, hab sie... Blaster. Ich wollte 500 Sonnen. Ähm. Ach, ja, ja. Ich war gerade nur ein bisschen verwirrt, wer, wer das jetzt gemacht hat, weil 350 Aktive für eine Blaster, deswegen meine ich halt so, äh, war komisch. Deswegen, das konnte ich mir nicht vorstellen, so. Wartet mal ganz kurz, einer ist im Party-Chat bei mir, ich gehe ganz kurz auf Party. Ja, was ist denn los, Regie? 200 Aktive. Äh, äh, 200 Aktive für eine Wintertech-Blaster, sorry, aber das ist viel zu viel. Äh, bin live. Ähm, einmal bitte Bann-Mods, wenn hier gerade welche sind. Wartet kurz, ich muss ganz kurz gucken, ob ich... ob Mod online ist. Ey, Digga, ich kann... Ja, ach, ich weiß auch, dass man winzig-Blaster-Aussammlung holen kann. Deswegen ist die ja nichts mehr wert. Ich könnte mir selber die gerade holen. Wartet kurz. So, entfernen. Wartet kurz, Leute, ich muss ganz kurz... Hm, nutze auf diesem Kanal... Und zuvor rüber geht. So. Okay, ich musste kurz den einen Bann, weil er hat Werbung gemacht. Also, Regie, ich zock' gerade nicht den ganzen Neue. Seit neuestem. Ich zock' ich stream' gerade RDW, also... Nicht wundern. Äh, schreib' mal deine Epic rein, bitte, weil... Ich komme bald on. Hä? Hörst du nicht zu? Epic geht nicht. Man kann nicht über Epic gerade schicken. Epic ist... Sag' ich mal so. Weil ich darf das andere nicht sagen. Weil irgendwie funktioniert das System mit Epic gerade nicht. Und deswegen müssen die das jetzt so machen, halt, irgendwie. Ich bin grad lost, ich weiß nicht. Zeig' mir jetzt, ähm... Hier, ich zeig' dir sofort meine Mets, bitte. Hier. Das ist mein Bright, mein Sonn, meine Opsi, mein Schatten, mein Maler, Effis und Glatton. Ich meine, Playstation. Ähm, steht unten. Die epische... Also, da, wo der epische Ding jetzt ist. Tradest du Bright, Sonnen, Schatten, Maler, Maler, Effis, Glatte, XT. Äh, 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 äh. Du dafür geben würdest für, äh, für Bright, Sonnen, Effis und Glatte, äh, Schatten, Maler, Effis und Glatte. Äh, 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 bruder, er will einfach alles haben. Äh, was willst du denn dafür? Äh, äh, bruder, ich hab' keine Ahnung. Meinst du alles? Willst du alles haben? Du willst alle meine Materialien traden? also Metz oder Waffen ähm, eigentlich will ich selber persönlich nur Metz haben oder ich will zum Beispiel sowas wie Nature, Jackal, also Natur Wasserkürbiswerfer oder was für Wasserkürbiswerfer? Naturkürbiswerfer oder Argon-Sturmgewehr mit Feuer mit Natur irgendwas sowas im D-Ray suche ich gemoddete Waffen oder halt OG gemoddete Waffen oder sowas äh, ja XD, ne Spaß ach, also willst du doch nicht, also äh so 200 Sonn 200 Bright ähm 200 bis 400 Effis und Mala 200 und 200 bis 400 Glatte ja, das würde ich machen ich habe nix gemoddete RIP ja, keine Ahnung, aber das mag ich halt am liebsten so, solche Waffen oder sowas, aber sonst halt eher Materialien aber die, alle Materialien, die die ich dafür will Trace ja selber von mir äh äh was willst du da für oder halt richtig viele Waffen, aber ich glaube nicht also ich weiß nicht was jetzt direkt ich gehe, ich verlasse gleich mal die Mission dann und dann können wir also ich werde noch bis, bis, ein bisschen fahren und dann mal gucken, was ich dann oh mein Gott, bitte entdeckt er mich nicht scheiße nein, ich wollte oh, was ist ein Schwitz fuck, ich wollte auch nur diesen Tresor ähm gehe sehr viel 106er gehen sehr viele 106er Edelwerfer fast full edgy in Ordnung Bruder, ich brauche keine Edelwerfer ich habe selber Skizze das erste Mal, dass ich jetzt so mache also, also in Sammlung zumindest Skizze so mache ich das ey, das macht dir gar keinen Schaden ey, nein, verpiss dich, Smasher okay, bitte danke was wer ist was äh äh Samalma sad jeesh go out of me ich habe jetzt flingende Welle nice bitte, ich brauche die Sachen so unbedingt ich ich edit dich jetzt okay, mach das ähm hast du robuste? nein, ich habe keine robusten brauchst du OG Kürbiswerfer kommt drauf an was du ey, wie viel schreibt ihr ähm kommt drauf an, was ihr für OG Kürbiswerfer bietet ähm äh, was ihr dafür wollt kannst du jetzt rausgehen ich will noch ja, okay scheiß drauf warte, ich verlasse sofort ähm bitte hm bruder kein Plan ja, ich brauche halt aber keine Edelwerfer also ich brauche eher so OG Waffen und eher sowas mäßiges weißt du oder halt Materialien aber die Materialien, die ich halt will die Trader will sie ja selber haben OG ist selten bitte warte, warte, was OG ist selten 900 Sonnen 500 Bright ey, was für was für 900 Sonnen 500 Bright was willst du was meinst du dafür für den OG Kürbiswerfer oder was ähm Troll ähm Chiller moin was geht ähm was brauchst du an Materialien lol Sebastian ist drin oder der hat hier gar nichts zu suchen ähm für OG Kürbiswerfer er er ja auf Wasser ach so ja auf Wasser ach so ja okay auf Wasser ne ich brauch nicht ich bekomme welche für ähm teilweise 200 Sonnen also OG Kürbiswerfer auf Wasser äh auf Wasser Kürbiswerfer mein ich ähm hast du öffentlich kannst du öffentlich machen ähm ich bin öffentlich eigentlich ja ich bin öffentlich aber man muss mich über PSN adden weil über Epic bekomme ich nichts also bekommt niemand was und selbst wenn ich euch FA schicke ihr da wird keiner geschickt okay über Play sie nämlich jede FA an aber über Epic geht es halt leider nicht tut mir leid so ähm hab FA geschickt ja ich hab die auch schon angenommen mhm habe ich schon ich bin in deiner Party lol erst mal eine Party wer ist in meiner Party Kaisernoel achso lol ähm okay über PS4 ja ich weiß ihr müsst mir alle wenn ihr mit mir zocken wollt oder wenn ihr ähm besser gesagt traden mit mir wollt mir über Playstation ähm FA schicken den lilanen Balken da steht mein PSN Name drinne mhm mhm ich bin der mit Ara und Stammeler achso hi okay ich kann ja auch gerne mit 3-chick ne das sieht man ja eh auf der Waffe drauf von daher achso ja okay dann können wir vergessen wir traden sorry aber ich dropp auch nicht first aber wir können ja vielleicht noch was anderes traden ja ja kann ich verstehen kann ich komplett verstehen dass du nicht first droppen willst aber ich dropp auch nie 500 also ich hab persönlich dropp ich eigentlich gar nicht first ja ich weiß wie du meinst aber keine Ahnung und kann sich trotzdem immer noch geben also ich hab selber auch hier 130er Kürbiswerfer der irgendwie keine Ahnung so ich will mich auch nicht Kaiser Noel der ist in der Party gell ja können wir gleich das wäre korrekt wenn wir das machen könnten in 128er Watt ganz kurz Kaiser Noel was wolltest du hallo kann er nicht reden brauchst du bright oder bright oder sun ähm ja ich brauch unbedingt bright oder sun weil ich hab voll wenig sie ist ja auch hier also das war jetzt nicht ironisch und Elfys brauch ich auch ganz viele unbedingt ich hab fast keine mehr äh kann ich Mission ähm Noel kommt drauf an ich weiß jetzt nicht genau wer äh mach machen mit dir also ach so kann ich Mission mit dir machen meinte also du hast gesagt du hast gesagt äh 200 Schrauben ach so ja du brauchst Schrauben nein aber keine Ahnung ein Kumpel wollte vorhin 200 Schrauben von mir und dann hab ich einfach gesagt ja scheiß drauf für 200 Sonnen könnt ihr mit in eine Mission reinkommen aber das ist halt eh da es ist ich hab 6,5k gerade mal ja ich hab keine Sprache nein ich brauche es nicht mehr ich hab auch schon eigentlich nein ich hab ich hab ich hab acht aber ähm ja ja ich hab kein Bock mehr ich hab echt kein Bock mehr drauf ja warte ich komme bei ihm rein wir können ja ein bisschen fahren ja ja also Noelle falls du reinkommen willst ähm so ich hole mal kurz fahrseltener Rappensil raus sie vielleicht auch machen hm 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 ich schwöre ich hab noch nie so ein Hohen so bei mir drinnen und Bruder Moos los der Babo King der ist einfach blöd das dann ja ich ich bin ich habe ich bin ich bin ich bin ich bin es gibt den Soldaten im oder er zum Formen keine Ahnung da muss ja auch ganz gut ich muss erst mal ich habe ich bin Bruder der Arme ich schätze ich will ihn sofort wegtreten er hat das eben bekommen was hat was hat sich gegeben dafür viele haben auch vorgärten ganz ganz kurz ganz ganz kurz weg ganz ganz kurz bin ganz kurz weg bin ganz kurz nein Spaß das so bin wir da ich war gerade kurz ein Bruder brauchst du überhaupt irgendwas warte 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 ich bin auch laut screen ja ich habe mehrere so ich habe mehrere so also erstmal mache ich die so hab ich auch hab ich auch hab ich auch die Augen noch mal ja die sieht so episch aus die ist nice die ich habe mit Absicht ja finde ich doch was da los ich habe immer Schuss mit der zu schießen deswegen muss ich die mal weg ich habe nicht nicht mehr Spaß erst ein bisschen und g die die doch will ich wieso nicht aber wer 5 wer 5 war so viel wie ich ich habe auch den Account ein Kassanten aber ich habe noch mehrere Kassanten ja ich habe auch noch einen Account hab ich auch noch 1000 drauf ich habe hier neun es hat überleben es hat es hat es hat es hat es hat es hat es ist man man hallo brauchst du es ist ja ich das sollst du auch eigentlich eben machen also schrauben nein das wäre dann schlauer gewesen du kannst mir gerne was schenken so einen einfach ich werde es mir besser die Maße Hälfte Hälfte ja also nur mit 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 zwei mit drei Augen zu länger Schwestern drei Augen zu wirklich nur so viel drücken ja ja die Korte hat mal eine davon und er hat irgendwie acht Worte der Kurs das Klasse und ich mach die Arsch billig noch wenn die Billig ist wenn ich die vorab ich guck bei Niko wie viel die Werte ist nicht schmerzt hier ich hab eh schon von Niko voll viele oder ich schreibe mal vergleichen warte kurz ich schreibe mal kurz abwarten ich schreibe gleich abwarten ich bin ich habe mehr und sie brauchen aber ich bin ihre Mann er will sie er gibt den Kummer er ja ich habe mehrere Freunde die den Brauch aber äh äh gut ich hätte nur ich hätte nur immer im Sammlung immer im Lager drinnen haben und einfach nicht gar nicht benutzen und einfach nur für Sammlung halbiger und einfach mehr klar ich bin ja nun mal die Garten der Hälfte auch nicht es ist eine normale Waffe ayer als eine ich glaube die Scheiße Kante er soll sich nicht befragen Komma ich hab vom Kumpel so eine Prozent die heißen das eine Argon Sturmgewehr mit mit Wasser so schreibe ich sie mit mir war mit Wasser nicht ich ne mit Wasser ist sie am seltensten weil ich hab noch er hatte noch nie eine mit Wasser ne dann schreibe ich ihm so ja ich hab eine Argon mit Wasser bekommen soll ich sie gut für Mission schreibe ich ihm und dann sage ich so ja ich hab die jetzt schon fast kaputt geschossen Mann Bruder der Arme er wird so ausrasten er wird so ausrasten weil ich hab ihm versprochen wenn ich Argon mit irgendeinem Element habe nicht schädchen die ab weißt du also da würdest du das jetzt mit Half-Life zu machen oder so oder wie meinst du dass ich 250 First Droppe und dann äh ne das mach ich eigentlich immer ja aber nicht nicht böse gemeint also nix gegen dich an sich aber ich dropp ey Digga wieso bekommt man hier keine keine Effis ich hab bei der letzten Mission das war eine 108 sondern da hab ich mehr bekommen ich krieg die ganze Zeit schon glatt ich krieg die ganze das sind 140er zum ich nein ich hab ich hab die können ich bin schon vermachen von den 140er zum ich selber durch weil ich hab noch nie hundertwürdig erzulich gesehen Aua ich bin so dumm erst mal wenn man ganz ganz trinkt der Gantt und trinkt auch mit Gantt Auer der Gantt der Zauber ganz 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 Auer ich will aber einfach ein ein Water Jacko ne mit Full Dingens ne nein ein Natur Jacko ne mit Full ähm komplett Full ne ist ungefähr 500 ne 300 Sonnen wert ne weil ein Natur Jacko du weißt wurde gedupet bla bla ist nicht mehr so viel wert ne war allgemein schon nicht mehr so viel wert ob so davon obwohl es davon nur irgendwie fünf stücke oder sowas gibt ne aber er wurde gedupet bla bla und ähm Natur Jacko ich hab kein Bock mehr Problem werft sie werft sie gerne weg ganz gerne ganz gerne aber dann musst du mit rechnen dass sie jemand aufhebt und zwar ich ja das glaube ich auch wenn weil ich ich will ich will sehr super gerne Sonne aber ich will ich will sehr super gerne aber ich 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 glaube nicht für was so weißt du sorry aber ja wie ja 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 doch ja und ich hätte er nicht so gerne aufgehoben diese sollte ich in den besten Stimmen den jemals glaube ich gemacht habe es gern das ist der beste Stimme ich je gemacht habe ganz ehrlich weil Bruder normalerweise ich hab nicht mal einen Abonnenten ne ein Zuschauer der ich bin so dankbar gerade ne ich wär's euch Kuss an euch alle ich geb meistens immer Fortnite ADW live ein dann guck ich halt Leute die ein bisschen mehr haben dann schalbe ich dir halt so an wegen Agon und so Schlingel kennst du Elektronenröhren, kennst du Elektronenröhrenwerfer mit Feuer auf Elbepisch hat Neko mir geschenkt hat Neko mir auch geschenkt ich kenne viel mehr mit es gibt dann habe ich auch von Neko geschenkt wieviel ist die Wert? 50 Sonnen? 100 Sonnen? hmmm wo ist ja auch vom Preis komplett gestiegen aber ich hab ne blaue einfach die ist voll selten ja blaue hat ne Komponentenröhren da liegt in der und blau alles klar legal was ist es für ein Such, die hast du Silber und aktive 어, oder einer fragt mich ob ich Silber ich will nicht mehr ich will nicht mehr ey 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 nick 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 expertise ehrlich und scheiß jetzt nicht nix gegen dich ne aber irgendwie ist das bisschen ich weiß das ist ein abo trade stream und jeder kann reinkommen aber um eigentlich habe ich schon so ein bisschen also mir mal ich brauche mal mal auch okay ich brauche immer mal ich nicht ich hab 6 kann sie mir schenken lecker koma 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 ok ich hab ich hab 2,7 75 also 2775 mal einfach nur mit schön aussieht ich hab auch mal aber ich brauch keine Ahnung echt so schickt ihm nicht alle erfahren das darf nur ich der Bruder ich hätte ja auch so die Städte ich finde ich schon fast mit keinem schweizt haben als ob es gerne das ist nicht scheiße ich muss man hast du sein und ich nicht noch was machst du wie so schießt es schon vorher auf die das sind doch ja ich denke ich will der früge ja ein die Gegner vergewaltigen der Bekantion hätte die nicht machen die Dankeschön nicht 130 da kommt ja ich habe schon 14 Leute von mir was gewonnen hat ja die Kinder sind bei mir schwör scheißwixer ich weiß nicht mal was ein Knecht Tubrichs ist und er sagt erklärt komplett damit zeig mal gleich wer es ist ja Geschenkpaket da scheiß nicht sterben Jungs wo noch zwei Geld vom Eickel nicht nicht sterben nicht sterben einfach nicht er sagt er sagt nicht sterben er sagt nicht sterben aber er stirbt fast Noël nicht sterben ach 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 aber ich bin der einzige der hier fast nicht stirbt fuck kein Konfer ey wir dürfen nicht alles sterben ich bin auch tot aber anders ich bin auch tot wir haben die nicht hier bis vor bis vor ja und ich bin wir sagen wir sind zwei Nebelmonster töten ja ja fuck egal nirg nicht ich schweb wieso wäre ich nicht mal ein ist hier er sagt so es ist ein ich denke so ja das jetzt was diese sturmschutz verkackt obwohl sie sie eigentlich geschafft haben und hier sind ich habe ob sie bekommen kann das sein die sind dass diese Mission nicht mag ich bekomme ich komme nur glatt zu nennen meiner Möse vorhin ich schätze ich habe nur eine neue Fähnchen Kurs ich habe ich habe muss knackerschöpfen okay eine Nussknackerschöpfe guck ich kenne die nicht mal diese Schottkern aber ich hab sie ich hab sie nee wollen wir zusammen so ein bisschen paar Leute traden paar Leute gucken und traden mit denen so so also halt auf YouTube weiß ich meine dass wir zusammen so ja meine ich doch ja ich würde ja die Trend für 500 Sonnen aber du sagst du sagst ja du willst dich fast droppen ja sonst würde ich sie fast droppen weißt du ja guck mal eben haben wir null zugeschaut jetzt schauen wir schon wieder drei zu ich verstehe das gerade nicht ist so trash ja aber ich meine nur lad mich ein heiße ähm ich bin klar du musst mehr FAS schicken ich habe keine Leute ein also schicken wir FAS über PSN PSN da steht der eben da wo das Lila ist das geht ihm 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 bitte nicht 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 was und dann ist alles gut ja wieso ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin endlich ich bin ich bin ich bin ich bin es wird jetzt um die Kinder ich bin 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 wir sind schon Freunde also mehr 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 ich bin wir sind keine Freunde sonst wäre es ja hier darf man dich reden Prozent Prozent wirst du was was kann jetzt bei spieler mehr mit man wird auch teilweise dafür schon gewand ich 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 habe ach so pushen da da darf man dich hä wieso will man mich pushen wieso will man ok ja aber wieso will man mich ok mich mich gammel YouTuber ja nicht wie sind wir mich hm kann man machen aber ey was für Klebstoff ich war hast du das auch hier gesehen ja jeder ich überall ich hab vor viel da rausbekommen ja ja vier Sonnen vier beiden hab ich bekommen 31 ja kannst du machen du kannst auch wenn du für mich werbung machst ja bist halt korrekt hoffe du schaffst irgendwann die 1k oha wahrscheinlich schaff ich irgendwo mal 1k abos aber korrekt dass du echt so hoffnung in mich hast aber bruder da muss ich jetzt ganz da muss ich jetzt ganz drücken ich hab nicht mal ich hab nicht mal ich hab nicht mal ich hab so viel hoffnung dass ich 1k abos schaffe digga ich glaube ich schaff ich niemals ich weiß ja ich glaub ich brauch keinen platz mehr es ist trauriger it's so sad wie soll mal ein ich hab 220 also ist ich will jetzt nicht sagen dass ich dich bevorzugen will ne wenn du mich raidest ne aber wenn du mich raidest könntest du auch für dich selber werbung machen dann aber eigentlich mach ich das nicht eigentlich war nicht da für die leute aber ich weiß wenn ein freund so viel maler hat kann er mir bitte was 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 geben schätze ich mal er hat kein maler ich hab auch kein maler ahem da ja digga das geile ist erstens wenn man in einem paar guckt sieht man gar keinen maler als erstes kann kannst du es ja dann anschauen hm warte mach kurz ein video und lade es auf meinem kanal hoch dass sie dich abonnieren sollen ok achso ja sorry falls ich so scheiße lese ne aber ähm wie heißt das das ist immer manchmal so zum beispiel ähm hoch d d und dann war erst 3 ich soll es nicht auffragen aber nicht werden ja dann ja wieso bin ich sicher vorher drauf gekommen ja ja warte 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 ja 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 du bist auch nicht leute ich kann einigen nach der Mission starten sie gehen 20 haupte mann der zwei prozent warte 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 und wird es kurz im achten ich glaube dass warte welches mit der Ob du die brauchst oder nicht. Okay. Hab gemacht. Keine Ahnung, wenn ihr anhört. Ist bis jetzt nur ein Strich. Leute, ich kann... Achso, das hatte ich schon gelesen. Ich kann auch noch ein bisschen machen. GGs an der Stelle. Leute, wer will OG Water Jackal ist 1,4k... Oh, jawohl, der hat so Hoffnung, dass er 1,4k Sonnenwert ist. Ich sehe gar nicht, ich habe einen Argon ist mehr wert und ich habe einen weniger. Das ist echt so. Warte, ich sollte Neko noch schreiben. Wie viel willst du von Neko dafür? Frag ihn mal, wie viel ergeben würde. Vielleicht gibt es da mehr. Ja, okay. Ich habe mal ein A-Spiel. Okay. Ähm, also... würdest du dafür irgendwie 900 oder sowas oder 1000 vielleicht auch geben, das wäre Ehre. Das würde er, glaube ich, auch machen dann. Also, wenn du 1000 dafür gibst, nimm das auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber mal gucken. Er schreibt Argon auf... Mein Rucksack ist voll. War ganz kurz. Lass ihn doch ein. Wie geil bist du? Was ist das? Dann kann ich auch mit dem Namen machen. Ach, geil, ja. Nein, Spaß. Hier. Ich brauche das nicht. Argon auf Natur ist... Er schreibt einfach... Argon auf Natur ist nichts wert. Er schreibt einfach... Er kann sofort weggehen. Ganz ehrlich. Argon auf Natur ist tausendmal mehr wert als Water Jackal. Digga, geh mal einpacken. Geh mal einpacken mit Argon-Sturmgewehr. Jetzt die Water Jackal am Start. Nein, Spaß. Wie kann ich sie nicht aufheben? Digga, was heute Jackals hab ich letztens... Ach so, Platz ist voll. Junge, weil ich die Scheiße einfach nicht brauche. Junge, ich brauche, Waffen nicht. Oh, den nehme ich. Dankeschön. Dankeschön. Gartes? War nicht. Okay, ich bin kurz weg. Mache das Video jetzt. Okay. Ey, Ehre. Dankeschön, dass du das machst. Kurz geht raus. Einer will Video machen, das mich paddelt. Ja, willst du den wieder haben? Ich schätze mal, das war ein Ja. Nein, nicht wieder. Ähm, guck Discord von Neko 300 Sonnen. Ähm, keine Ahnung. Er hat selber nur eine und er hat letztens in seinem Video gesagt, die ist IBZ viel wert. Ich hab ihn ja auf WhatsApp jetzt geschrieben, aber ich kann ihn ja fragen. Guck mal her, wir beide kriegt, aber einer, äh, Dings, Bo gekletzt erst aus, okay? Ne, wot? Wir gehen erst mal weg von Naga. Äh, kannst du mich adden heiße auf Epic, Elden, ähm, nein. Kann, ähm, was ist das? Oh, dankeschön, Ehremann-Kurs. Ey, platzlos werden, wetten. Ja. Ich schaue sie. Komm, was ich habe, mein Info. Oh, Bruder. Ich auch. Okay, fast voll edgy. Ähm, bei mir gibt's mein Fuss. Ähm, Elden, also der... Der Elden heißt. Ich kann jetzt nicht... Ihr müsst alle über PSN Elden, weil... Über Epic, ich kann jetzt zeigen. Hier, warte. Oh, doch, ich hab eine bekommen über Epic. Geht's wieder? Kannst du mal nixgucken, vielleicht versuch mal anzurufen? Ja, kann ich gleich. Warte. Aber der hat auch nur einen Haken bis jetzt. Elden... Warte. Ich kann dir zeigen, was passiert. Unterstrich. Vielleicht geht's jetzt aber vorhin. Dann, warte. So. Du siehst, es passiert gar nix. Also, es geht über Epic nicht. Ja, ja, 82. Ich bleib den Billig weg. Ein bisschen bald verroben. Was willst du dafür? 75 bald verroben. Ja, moin. Welches Blitz ist dir? 2,80. Ich hab selber eine mit Feuer. Eigentlich bräuchte ich die gar nicht, aber... Einfach auf Gönnung so? Ich überleg gerade. Ich probier die jetzt noch auskommen. 10.000er Headshot mit einer 58er Waffe. Aua, 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 aua. Ich hab irgendwie... Können wir neue Missionen machen, bitte? Hat Dingens gerade geschrieben. Also, dieser Kaiser. Ähm... Ich guck Discord von Neko, die immer... 300 Sonnen oder 200... Nein, Digga. Neko hat letztes gesagt, er würde mir einen K-Sonnen für eine Argon-Sturmgewinn mit Natur geben. Also... Ja, mach ich's gleich. Hm, also... Ich guck einfach. Man kann's ja nicht über Flüstern anschreiben. Ähm... Ich sieh's nur einer und bei N. Brr. Wie heißt der so? Nico E.G, oder? Hm, ja. Nicht so. Ich weiß nicht auswendig, Digga. Irgendwas mit Nico, ich hab nur einen, der Nico heißt, also in meiner Erfahrung das, ja. Oh, Kaiser Mäh. Epic... Man kann... Man kann nicht... Man kann nicht... Man kann nicht über Epic adden. Ihr müsst mich über Play... Play sie adden. Es ist öffentlich hier. Ah, ne, doch nicht. Ich hab schon gesagt, ich nehm keinen App-Auswand. Es... Ich... Selbst wenn du mir jetzt joinen willst, es geht nicht. Und außerdem, du musst mich über... Epic add... Äh... Was lau ich hier? Du musst mich über... Du musst mich über PS4 adden, weil Epic geht nicht zur Zeit. Das... Das geht bei niemandem. Du kannst mir F.A. schicken, ich bekomme keine. Ich könnte dir eine schicken, du bekommst aber auch keine, weißt du? Kannst ja ausprobieren, aber du bekommst keine, weißt du? Digga, nur labert, ich wollen wir das ja nicht A annehmen, wenn wir das jetzt zur Zeit. Wollen wir eine neue Mission machen? Ja, aber ich will eigentlich das Album loswerden. Ja, wenn du first drops, hältst du 500 Sonnen, aber... Oder? Ja, Digga, ich krieg teilweise mehr und dann muss ich auch noch first drop machen. Ja, klar. Dann... Entweder jetzt 500 Sonnen oder irgendwann anders vielleicht, aber 700 Sonnen, oder vielleicht ist es dann gar nichts mehr wert, weiß ich meine. So, also... Ich hab dich schon geändert. Ja, aber du weißt, wie ich... Doch, kann sein. Die steigen ja, wenn ein neuer View-Grid kommt. Nein, ich hab selber eine. Aber danke. Ach, viel zu dafür. Wie viel? Ne, danke. Ich hab einen mit Skizze. Also jetzt... Der hat mir erst heute weggehergestellt. Keine Ahnung, Digga. Guck mal, ach ja, was ich vorhin sagen wollte. Ein Natur-Jacko, ne, ist 300 Sonnen wert, ne. Bis 200 Sonnen, ne. Und... Und... Wenn er... Also wenn er komplett full ist und wenn er einfach einmal... Ein Damage hat, also angenommen, wie bei einer AR, 0,01 Schaden, ne. Also das ist bei einer Doppel-Element-Phantom zumindest auch so. Ne. Also eine Doppel-Element-Phantom, beide... Ich sag jetzt mal, Feuer, Energie, ne. Also weiß ich, was das ist, ne. Wenn die keine Haltbarkeit hat, sind die 700 Sonnen teilweise wert. Wenn die... Also von 300 dann nur noch 299 haben, ne, sind sie einfach irgendwie nur noch 100 wert. Aber das ist traurig, meine ich, ich weiß noch. Äh, kann ich trainen? Wie viele glatte hast du? Ich hab 2,3 K, müsste ich haben. 2, okay, 2,2 K und 16. Warte, ich kann gucken. 2,3 K und 16. Noch nicht. Ja, also sind es 2 Haken jetzt. Ghost, Moon, Graal. Kann ich traden? Ja, kann ich traden. Erde mich einfach bei PSN. Gott knows Gott. Können wir eine Mission verlassen und dann in eine neue Mission reingehen. In eine höhere und nochmal Sturmchist machen. Sturmchist erneut machen. Okay, dann verlass mal. Willst du Waffen-Traden? Ja, was hast du denn an Waffen, die du zu Traden hast? Mein Schatz. Ich mach das. Jetzt auf einmal sind wir drei... Hä, ich verstehe das nicht. Ein Regenbogen... Regenschwann. Niemand teut zu orden, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Hi, Max. Ähm, kannst du dein PSN rein schreiben? Steht da unten, wenn du mal hingucken würdest. Ich hab's auch einfach nicht gesehen. 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 Ja, sie sieht das kommt. Weil ich sehe aus. Warte, dann mach ich. Ich hab's auch gar nicht gesehen. Diese Tee hat man gar nicht gesehen. Hallo? Kann ich German? No! I-I-I-I don't can speak German. I-I-I-I-Arabisch. I-I-I-Arabisch. 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 Hi, kriege ich ein paar Waffen bitte. Äh, ich trade nur. ein Geld ein Geld 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 Eintracht reißlich kommen Mekro wir haben einen Händen die geht einfach aus YouTube's Gaffix hat mir eine FA geschickt Eintracht Achso er stimmt ja Elio YouTube Gaffix Hälfte um es händen mir Prozent erplägt es auch Koppel Kameran Miet Mal wollte ich dass er es sei die Katze Nein Englisch ich bin er jetzt hätte groß man gerade schon die Bedeutung bitte einfach an das ist und schon ja also von mir können nicht sein Kaupport Kassen Sonnen ja ich hab sonnen aber nur wenig lade lad in dein sturm schild kick ihn ein no we don't can speak english bye bye schade hat er gesagt rd 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 morgen nicht wie das argon loswerden wach wird zu für o n n e n ein spaß du bist kacke spaß du bist auch kacke ich bin nicht jetzt verabschiedet war kein spaß jünger kamen ich würde sagen wo mein freundes war alter kammer ein sohn im jesu war und von der achten ich bin hier mit schlangen nico würde ja auch nicht nico für die auch nicht längst first stoppen also bei nico das ist auch verschoben mit das ist schon klar dass man die größte selber bauen nächstlich gibt es noch nicht mit einem wieder ich schon selber bauen ja klar der Mieter nur mehr bauten Tücher selbst ja das Video immer ein paar klarten mich in deinem Sturm Schild ein dich hey wir sollten sich jetzt mal geantwortet auf ihre Brüder abzunehmen Junge wie es macht Neko kommen und bittet er holt ich schlöschte ganz glatte und er fies aus einem Dinges bekommen ich habe es manchmal für die 60 ist das ein Auto deswegen habe ich auch 3 kreis Du hast wie viele Äffis aus einem Auto 6 kriege ich manchmal kannst mir eingefallen und einfach den Maul halten Dankeschön Nene doch Gott mir besser ist das ich höre spannend gleich ehrlich fühl ich die Gamer obwohl er nur zwar was zensiert aber Jupp mich dann auch nicht Du musst in die Höhe bauen um den Atlas zu platzieren jetzt tut nun was sind die Sounds mittlerweile ich glaube ich habe auch gleich in die Hörner die Begründung die Ertragung nein ich will nicht mit mir tragen ich will auch nicht mit mir tragen er schreibt in den mit Achso will mit dir tragen auch hoch Achso ja okay dann komm rein in die Schmuss Sturmschäste Bei mir ist der Sturmschäste Oha viel Gaming Krass Komm und zu mir bei mir Sturmschäste nicht Deutsch Nein 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 habe alle Mets die ich verloren habe bekommen Mein Freund ist Blitz 130 und hat mir alles wiedergegeben und noch ein paar Waffen lol Wahrscheinlich bist du außerhalb des Teams Gamer bei Nein ich habe auch zu sehen in die Drohne geplaced Was für außerhalb des Teams Gamer Ey ich bitte nicht starten noch zwei Minuten warten meine Drohne ist noch nicht da Null der Box von der Lüge außerhalb des Teams Gamer das ist eine Logik Nuss ich habe auch im Streams Gamer mit auch Kronenstieg geben und sie sind sie ist aber eher ja und wenn man es gern gibt es auch eh kein aber das Geld kann man aber gewandt werden kann da ja ich gern zuerst gern mal ja das gebe ich zu aber ja dann kannst du trotzdem dann kann er dich trotzdem helfen ja und da kann ich ihn auch melden ja kann ich nicht weil du keinen beweis hast doch dann bei weiß-videon beweis hat ja wenn aber noch nicht starten bitte weil meine drohne hier ist die drohne von denen ich habe mich jetzt schon ab sorry wenn ich die auch zu sehen gepläst haben ein ja sorry dass ich geboren bin Mensch Nacken aufhört n n m ohr auch hier haben sie erst gecheckt n n n im Moment für die Zahl der Menschen fünf Leute gebannt hier hat es auch schon ganz so hässlich in der Hand ja ist es auch aber trotzdem ist es viel wert und fünf Prozent und Feuerwegner 60 anschließend mit dem Autorabend Jahr oder gerne die Stadt mit der an ich habe gedacht du machst ehrlich gehen wie lange noch nicht mehr lange bei mir steht kein guter Leute zu gehen rein und ich glaube die 500 Sonnen ich habe den ich für uns von daher ich habe auch die Totengräber mit Wechser und Domple Element Hydra ähm 130 Feuer Energie willst du jetzt Applaus Scammer ja aber ich bin kein Scammer also Hä ich meine ja nicht ich meine Scammer aus meinem Chat brauchst du die hier? was? die sind sie selten? ja eigentlich fehlt sie nur auf Energie nein gibt sie nicht ich habe sie mit Feuer als Skizze hey warum ist sie dann eigentlich geht sie nur auf Energie ich kann die nie ändern aber ich brauche noch andere wochen da ich bin ich mit der schlagen anzeige draußen besser ich habe fast mit Aron geschossen da ist was da sie kriegt viel gaming ne 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 ich bin aber schon zu sie auch Poole habe ich aber die Abo zu machen okay komm ich habe jetzt da Let's go let's go let's go let's go party let's go party now was was alter hab ich auch schon so auf mein Job weggeheben ja ja das war auch nicht das war auch nicht ganz ähnlich welcher ich habe ihr werdet das ist aber ein paar Jahre und das hat sie dann wieder auf den Spaß so gemordet irgendwie ja mehr gibt es ja nicht aber weiß ich meine so gemordet irgendwie auf uns geht n n komm ich doch ein wer hat jetzt ich habe ja gepläst kann man verboten war geil schmeckt ich fühlte mich mit einer dritten neun aber hier vor es kommt viel mehr bei mir in den Sturmschutz-Verteidigungsbund auch für wenig Bruder nicht mehr viele Kids kommt schon Jungs rein kill Hoffnung ja geschafft jetzt noch diese du bist kein Bär blablablabla der Laserboobie einer ist tot oh diesmal schaffen wir das wo ist denn der nächste hä ich darf er tsch 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 S Téc Tsch oh ohne Stats. Ohne Stats ist eigentlich voll viel wert, wenn sie nicht aus Sturm-Chefs wären. Ja, aber das kann man ja nicht beweisen. Ja, von daher kann man Leute scammen damit. Aber leider geht's ja nicht. Spaß. Junge, ich brenne doch mal auf A-Kopf-Sturm-Gewer. Brauchst du gemordete Waffe? Ja, ich brauche eine gemordete Waffe. A-Kopf-Sturm-Gewer auch Natur. Äh, drop first, dann trade ich dir die ab, gg. No. Dann hast du Pech. He he he. Ja, ich brauche gemordete Waffe. Zeitung bauen. Zeitung bauen. Ich muss gleich mal unbedingt Waffen in meinen Lager tun. Ich will nur noch mal eine Waffe reintun. Wollen wir verlassen und wieder stoppen? Wollen wir Sturm-Chefs-Farm machen? Oh, ich will erstmal die Waffe loswerden. Nee, was? Geil Platz, mein Blumen-Tag. Geil Platz, mein Blumen-Tag. Nee, 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 nee. Spaß. Habe eine Schrotflin-Tag. Habe eine Schrotflin-Tag mit 3 Stats und die ist Blitz 106. Was ist da dran jetzt? Bitteschön gemordet. Ja, die hat eigentlich wenigstens das, als sie haben kann. Kann ja eigentlich nur vier haben. Ja, und? Ich weiß, Juppe eigentlich kann. Ich habe auch eine. Das ist keine gemordelte Waffe. Eine gemordelte Waffe. Darunter verstehe ich... Ja, weil er geschrieben hat gemordelt. Ich habe auch mal eine Trommelgewehr gehabt mit 9 Stats, obwohl es nicht geht. Das geht eigentlich gar nicht. Man kann gar nicht 9 Stats haben. Ich weiß, dass man 5 oder 6 Stats haben kann, aber ich hatte mal eine Trommelgewehr mit 9 Stats. Und das war Doppel-Element. Trommelgewehr. Energie, Wasser, off OG, die ist richtig viel wert gewesen. Aber ich habe die wiederverwertet, weil ich dumm war. Ich gucke jetzt, ob man heimt ist, ihn. Dass sie 3 Stats anstatt 6. Dass sie 3 Stats anstatt 6. Ich gucke. Nö. Junger, antwortet der heutige überhaupt noch. Keine Ahnung, Digga. Er ließ das nicht mal. Rüchte ja ehren, Mann. Ja, ja. So viel zu Neko ist immer online und liest immer alle Nachrichten von mir. Ja, Mann. Ist er wohl on? Nee, na. Nein. Was fühlen wir zumindest nicht an. Gebe sie dir für Hunde. Ach, ha. Bruder, Witz. Ich gebe dir dafür gar nichts. Ich gebe dir für einen Sonnen. Ich brauche die nicht. Ich brauche einen Jack-O-Launcher mit Natur. Oder eine Argon-Sturmgewehr mit Natur. Ich kenne hier ja auch keinen, der sowas hat. Ja, ja. Und der sie first droppt. Das glaube ich. Der Gauss-Prinzip, wenn ich auch scannen würde, denkst du aus leichtem, der gar nicht wäre auch absolut am Arsch, wenn du Videoclippen würdest oder so. Aber egal. Ja, ach. Aber trotzdem, ich will nicht first droppen, aber ich droppe nie first. Ist eine Angewohnheit. Kann ich auch verstehen, wenn du nicht machen willst. Gefühlt seit... Keine Ahnung, wann ich mir first droppt. Weil es einfach besser ist. Lass, ähm, nächstes Sturmschild... Ja, ich würde schon dreimal Sturmschild machen, aber... Ich glaube, er hat keinen Bock, die ganze Zeit zu verlassen, wegen uns. Oder hast du Bock drauf? Hm, ne? Ich weiß nicht mal, wie du meinst du mal. Dich? Ich muss es sagen. Nicht. Nee, um Schiff. Ja, würde ich ja machen, aber du kannst mir erst mal die Scheiße loswerden, bei ergeben. Für Minimo 500, sondern man so selber. Niemand, ob der kürzt, oder? Normal, meine Freunde geben mir alle first, aber wenn heute fast jemand anders, den ich so... Guck mal, wenn ich dich besser kenne, 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 keine Ahnung, würde ich hier auch fast droppen, aber... So ist halt wird, weiß ich meine. Hm. Wenn ich dich gut kennen würde, und wir schon öfters getradet haben, und ich dir vertrauen könnte, würde ich auch first droppen, weil ich dann weiß, dass du mich scamst, aber... So hab ich halt keinen Bock drauf, weißt du? Wie sagst du? Ich glaub, eigentlich nie für das, selbst wenn die Leute keine Ahnung hat. Ja, ich auch nicht, aber... Angewohnheit so halt. Ist halt einfach so. Digga, ich mach meistens nur von so, der höher ist, der wird auch... Also der dort erst danach. Meistens. Das, was niemand hört sich, ich muss sehen. Das kann man auch gar nicht sein. Doch, mach ich was. Ach, da machen es sogar. Die meisten vertrauen ja auch heile mir, aber ich verstehe so einen YouTuber nicht, ne? Der hat von Wata, Gekko, einen gescannt für einen Kasambin. Junge, der war jetzt... der ist so behindert, alter. Dadurch wurde er jetzt so oft gescannt, der englische YouTuber. So ein englischer YouTuber, alter. Wieso scant man auch Water-Jekos? Ich kann es verstehen, ne? Wenn man irgendwie, keine Ahnung... Keine Ahnung, mal so... Keine Ahnung, wie soll man das sagen? Ich brauch ein Beispiel. Ich kann es verstehen, wenn man ein Water-Jeko haben will, ne? Aber dann muss man sich den auch fair traden, meine ich, weißt du? So, das wollte ich sagen. Lust. Also, Water-Jekos zu scammen, ist echt schon ehrenlos. Was legt es jetzt bei mir, Digga? Hallo, hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja. Ach, mein Game bewegt sich hier. Jetzt geht doch. Mein Game hat sich halt gar nicht bewegt. 400 P. Geil. 400 P. Schmeckt. Geh doch wieder runter, Ping. Hallo, Ping. Danke. Hörst du mir jetzt endlich. Ich guck noch mal, ob du kompletter so auch noch das baust. Das ist doch... Der braucht nicht so viel. Der hat gar nichts. Das geht egal. Mensch, kann irgendjemand in meine Augen kommen? Ach nö, morgen schon ganz schön. Ja, voll sad, gell? Egal, morgen werden wir eh erst mal, denkst. Kino. Brightcore und Sonnenstrahl, vier Sonnenstrahl und... Ey, ich hab ne Schatzkarte. Nein, nein, lass hingehen. Ich muss gucken, wo die ist. Ich such dich gerade. Ah, die ist hier on me. Glaub ich. Ich kann halt gar keinen Kreis gerade drüben, das ist belastend. Hä? Ich würd ja auch so first stoppen und so, aber Digga... Wenn nicht mal nen Anteil oder so, dann weißt du. Klar. Klar. Warte. Das wird ja nicht mal angezeigt, wo... Ja, dann drück er zwei. Du musst auf der Karte... Du musst ja auch oben gucken, wo der Stahl ist. Hä? Ja. Ja, komm hier oben. Das ist besser. Jetzt drüben. Ich kann keine Wunde... Ja, ich kann keine Wunde... Nein, dann geh ich hoch. Ja, ich kann nicht nur... auch in sie. Vielleicht muss irgendwas werke öffen. Schmeckt. Ja. 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 Das nächste. Was ja. Stumm, schütz machen? Ja, weil er muss... er muss ähm... ich bin ich dicke gerne also leute werden mag okay das muss ich machen das muss ich löschen aber sonst werde ich auch gebannt also wird der stream gebannt sorry also es mit f wird sonst mit f kann ich leider nicht durchgehen lassen tut mir leid hat nico meint ich gar nicht antwortet naja ich hab gerade geguckt der fester antwortet nicht der gar ihre mann nico wenn du das siehst du bist echt fett da ist er von mir der pickpick die ganze zeit er will stumm tschüss machen junge ich hab nicht was er will ich will die drecks argon loswerden ja denn ich hab ja nicht ja ja ich wollte sich aktivieren auch holz die heute da sind es mehr schocken bockchen ich muss mehr zum einmal Bro, ich habe übelst verkackt, oder? Ich mag gerne kleine Mädchen. Spaß. Okay, komm, wollen wir einen suchen, der dir die Argon upgradet? Ich helfe dir dabei. Mhm. Mhm. Ich will dir erinnern, dass er first shopt, aber niemand will die Argon. Ja, first shopt will niemand so viel, weißt du, dass ich das denke. Traden wollen sie viele, ich will sie ja auch, ich will sie ja auch traden, aber first shoppen ist das Problem halt. Ich habe heute irgendwie 500 ... So, Bratwurst. Ich habe heute irgendwie 500 ... So, Bratwurst. Nein. Oh, ihr geht's hier schon, die Bratwurst, was hat das für eine Fresse, ja? Auf den habe ich jetzt erwähnt, den aber ... So, Bratwurst? So, Bratwurst? Okay. Mein Lieblingstier ist die Bratwurst. Bratwurst. So. 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 Beckshorn wegen euch kann nicht jemand einfach jemand hörst du ja die wird er ich schätze die wollen fünf leute abtreten von 30 ne und davon will maximal einer first drop der first weiß ich meine meine freundin wird mir alle für sommer gerade gar keine ahnung gehen warte doch ich habe keinen bock zu warten ich habe eh nicht alle musst du mein kopf eine 24 graue pistole ich höre die baldig kannst du mir schrauben lol lol crazy gamer kannst du mir schrauben schenken ich heiße crazy gamer auf youtube hä the fuck lol crazy gamer ich schwöre irgendwer kenne ich dich warte mal ganz kurz ich komme mal mit meinem account on warte auf youtube und dann schreibe ich auch mal was im chat warte also mit handy warte ne du hast fm-buggles ne ich heiße crazy gamer ja also auf meinem youtube account das ist halt mein stream account ne und wo ich halt youtube drauf habe aber mein account wo ich halt so youtube selber drauf gucke ne privat heiß ich halt auch so ich bin der einzigste der live stream ich schreibe mal high warte okay er hat es mit er ist ein bisschen anders er ist ein bisschen anders ich habe crazy geschrieben und er ist mit e halt noch beschrieben aber einfach voll lustig denke 200er headshot mit revolver uff komm ich tue jetzt zumal mit revolver challenge würdest du mir vielleicht 100 sonnen first wie meinst du also 100 sonnen gebe ich dir und dann gibt es gut die agon und dann oder wie die vier und dann auch aber dann kann sie mich um hundert so easy scam weiß ich mal ja du mich dann um agon aber du weißt wie ich meine du kannst mich halt easy darum scam und du kannst mich auch easy in dem scam ich habe keinen bock um 100 sonnen gescamt zu werden ich kann doch um agon scam zu werden ja klar ich würde die 100 first stoppen ne aber ich weiß halt nicht ob du dann wirklich die agon sofort gibst weißt du dann verlässt du safe weißt du nicht du kannst ja auch video machen oder so was bringt mir das hochstellen mein namen entscheidend bin ich auch am ausstellen könntest mir paar items schenken mhm sorry ich schenk seit ähm neuestem also ich hab immer items wirklich an alle leute geschenkt aber ich schenk ehrlich keine leute mehr weil ich echt zu krass gescamt wurde und seitdem habe ich echt keinen bock mehr auf rdw und jetzt werde ich halt nur noch wirklich weißt du und mach halt streams so abo traden aber sonst eigentlich ist nicht böse gemeint also Ehre dass du mich abonniert hast und auch Ehre dass du den gleichen namen wie ich hast aber sorry also darauf das mach ich echt nicht mehr also wer ist von der woche fast 100 sonnen einfach nur haben das weißt du so eine versicherung quasi aber aber auch so die türen zu sowas hat ah ich kann nicht mehr bauen kann doch auch nur noch sagen gescannt zu werden weißt du weil ja und ich immer noch schlimmer immer wenn man sowas macht ne mit so first droppen ne werde ich eh gescannt war bis jetzt immer so nicht nicht böse gemeint und an sich vertraue ich dir auch aber ich werde einfach nicht gescannt werden das risiko die ich halt für zeit gar nicht mehr ein ja egal guck mal um dann kommen und ich könnte ja um keine ahnung wie sonne gescannt werden verstehst du ja klar was nimmt sommer kann man irgendwie in den neuen messern ich jetzt mal og waffen ablegen ohne dass die weg gehen mein inventar ist immer voll du kannst wenn du in deine sturmschild reingehst wenn du dein sturmschild reingehst kannst du da ist dein sturm schild und da kannst du dann halt drauf gehen und da musst du vier eck drücken und dann mit ich glaube dreieck oder sowas ist das kannst du dann halt da deine sachen reinlegen die du halt gerade nicht in deinem inventar brauchst zum beispiel deine og waffen oder sowas wenn du train willst adde mich der der aber alles was du brauchst wahrscheinlich hast du alles was ich brauche safe hast du never alles was ich brauche okay ich brauche ein argon sturm gewehr mit natur und ein water jackal oder ein nature jackal ahja crazyham zockt auf pc bruder muss los ich zock auf dingens deswegen können wir nicht zusammen spielen sorry bei epic funktioniert zur zeit nicht mehr also man kann keine frage stehen ich gehe in 25 Minuten erstmal weg jan entweder jetzt oder gar nicht ja dann erstmal schätze ich mal gar nicht tut mir leid es wird meiner wieder stehen ich höre nichts geil ein fake ninja traden ähm die ganze zeit kommen keine und jetzt auf einmal kommen wir natürlich ähm ja wir können gerne traden aber alles gut bei euch fragezeichen ja bei uns ist alles gut eigentlich aber bei euch ja woher kenne ich den namen ich weiß nicht woher aber woher kenne ich den woher äh fake ninja ja wir können traden edit mich einfach auf psn epic geht nicht ähm weil epic server sind down also man kann über epic nicht ähm dingens was ist dein epic ähm nach hallo hi ach so ok nee fliege flach ok was also wenn du 100 gamm verschocken würdest und dann gebe ich A gamm würde ich ja machen aber egal ich gehe gleich eh erstmal warte ganz kurz boah wie viel goldene sachen hast du ich habe nur paar brrrr blau 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 ach so ich jetzt mal grau ähm blau und ein paar lilane sachen ja das ist normal wenn man neu ist ich hab ja hier okay ich kann dir ein paar sachen schenken aber ist halt nicht so viel dann dann da muss man rechnen ok wie heißt du auf ähm psn steht da unten beim roten balken also god knows gott ich mach's nochmal hier da da ganz links mit dem level 100er habe grippe auch ja was ist dann ja dann gehe ich erstmal weil ich will ungern first dropen sorry tut mir leid dann würde ich dir auch mal an so umsetzen ja ja ist ok aber wir können sonst nochmal wann anders zocken oder mhm also ich würde ja auch eigentlich alle gemoddelte Waffen uptraden aber ich will halt ungern first dropen weißt du nicht also wir können auch sonst noch naja ich weiß aber ich will ungern first drop von daher also auch nur in Klammern wie du es sagen würdest 100 aber was für mich halt richtig vieles weiß so ja digga aber 100 bis im Gegensatz zu 500 dann gar nichts klar ja doch ein fünftel ja ja das glaub ich dir auch aber was würde es mir bringen um 100 ähm mach trade box hä mach trade box man wie heißt du auf epic äh darf ich mitmachen ja du darfst mitmachen mhm auf epic also crazy gamer ich weiß nicht ob wir zocken können weil ich heiße auf epic genauso wie auf psn also god knows corrupt aber das problem ist aber das problem ist ähm bei epic ja moin ähm nein das problem ist bei epic ähm dass wenn ich irgendwen enden will oder allgemein jemand anderen einen enden will dass es nicht geht weißt du also also man kann keine fa's zurzeit verschicken ich weiß nicht woran es liegt aber ich find's gut ja du weil du sonst tausend nachrichten wieder bekommst aber hast du maler ja ich hab ein bisschen maler hier warte und da ist mir maler ich will ja nur 100 äh ich will ja nur 100 äh 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 ähm ich kann dich aber nicht ich kann dich nicht weitergehen ja weil wir in der mission sind auf privat ähm ich bin zwar ein hoher also 62 ich kann ähm es ist doppelt von mir weil wir wurden letztlich mehr ganzen Tag ich kann ich kann ich kann ich kann mal 62 ist aber nicht hoch ne ja äh 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 hab ich mir auch gedacht alter kannst du mir schicken äh kannst du mir bitte schicken weil ich ich schicke selber keine FAs also nicht böse gemeint weil aber ich farben sind ein bisschen so lange halt weißt du epic ähm also ich äh ich mach nur PSN also kein Epic ähm und PSN ist bei mir gottmowskorb steht unten roter Balken und ich bin schon fast seit drei Stunden länger sehe deinen Namen nicht scheiß quali naja ich weiß ich hab mich als quali hier da ich weiß auch nicht wo dran liegt also sonst lags so doll bei mir wenn ich quali höher mache ich verlass dann erstmal und geh wieder in mein Sturmschild ähm mit ich also wenn ich dann mit ein paar von denen traden kann also mit den Leuten die traden wollen wenn wenn jemand traden will ich verlass dann jetzt achso ja stimmt ja in der Party ist ja auch noch eine okay ja ja aber ich hab und hab halt das werden die Hälfte von meinem Sonnenweiß nicht mehr und wenn es jetzt um 100 bis Geld wäre das tut richtig weh schon bei mir weißt du ich weiß nicht ob ich wirklich brauche weiß weil ich schieße mit ihnen niemals weißt du ich was denkt und ja 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 so gesehen schon aber ich trage es nicht weißt du was das Ding ich trage aber ein Sammlerstück naja deswegen ja äh 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 wie heißt du weil dann bei D irgendwas look gell also der also also ich warte der bist du auf offline oder warte ich mach einfach zusammenspielen äh ich mach einfach zusammenspielen und dann können die mir beitreten ähm hast du Wasserkürbiswerfer nein ich hab leider keinen Wasserkürbiswerfer aber ich würde gerne einen haben ich bin ganz gezweck ich bin ganz gezweck du musst über ähm PSN schicken geht nicht überhört ich bin ganz gezweck du musst über ähm PSN schicken geht nicht überhört jetzt ich bin jetzt ich ja auch zum Schick ich 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 bin wieder da he ich da willkommen wir gehen mit der entry zu ren es ich habe es ein bisschen länger dauert bis ich reinkomme jetzt hat er zu und jetzt soll wieder dazu ex-perfekt Stiml ausmachen können ja verstehe ich mich nicht falsch aber ich will nicht was doch okay kann mir schenken und dann gibt es schon alles zum 2 und santi gold 2008 schweben geschickt mir über psn namen gottnauskopf hier dann haben wir auch zurück Recon expert, ich hab auch Glück expert also ich kann ihr vertrauen, oder? also das ist meine, warte meine beste Maße Nordmann muss hier da brah, ich geh jetzt rein mit Dr. Först, es gibt Schildschirm zu machen das Einzigen sich noch, aber vielleicht noch etwas zu tun man hebt die kurz auf, der hier kommt gerade rein keine Ahnung, was Gott Konkurrenz mit also der zu wenig hat ist zwar nicht gut, aber hier die Karte haben brauche ich hier nicht Brauchst du eine Totenbriebe? ja, warte mal kurz, ein Hetzer drauscht irgendwie, ich verstehe gar nichts dadurch jetzt ist weg warte, wer will jetzt trainen mit mir noch? außer ja, warte ganz kurz mit dem Argon nein, ich brauche keine 106er danke brauche ich zu Sprengpulver? zu Sprengpulver? ich behalte das gerne selber, weil ich habe nicht so viel nein, brauchst du ach so, ja ja, ja, ich brauche warte, warte kurz, der Babo können wir machen gleich warte, was hast du gesagt? also, wie viel Sprengpulver warst du? ich, 66 ja, okay, 66 brauche ich nicht ich höre mich so doppelt, bitte geh raus ja, ich habe ein bisschen was gefragt heute, deswegen habe ich mal ein bisschen was, also ich glaube mal ein bisschen schrauben bis zum Schrauben und ein bisschen hier, das Sprengpulver und Oben wer? ist der Haftetil, der Arme, das Arme klingt ach so, nein, nein, danke, passt schon warte, mich lädt irgendwann eine Party ein ich komme gleich rein ja willst du jetzt das A-San-Dings machen? wie ich gerade gesagt habe keine Ahnung ja, ich geh nochmal wieder ein bisschen zu haben und dann geh für die Sachen, ne? ja, kein Problem, ciao 500 A-San 500 A-San 500 A-San ähm nico äh, willst du OGs ähm saphertron äh, nein, danke ich weiß nicht ich weiß nicht ich hab selber ein OG saphertron ich weiß halt gerade nicht, ob ich ja, ich weiß aber einer hat geschrieben halt, ob ich saphertron brauche hm 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 ja, wo, oder, äh, das ist so viel hm 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 ja, ganz, 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 ganz kurz was brauchst, ich brauch Materialien, Sonnenstrahl am besten, wie ich mir diese scheiß Argon leisten kann scheiße gesagt hm 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 ne hm hm aber ich ich muss mir noch überlegen ja ich weiß ja ist sorry ich will aber gerade mit ja können wir wie wir so viel auf die seite ich mache eigentlich immer ohne box ich baue nur ein mit die anderen leute das nicht aufheben aber argon sturmgewehr hr rr 6 hat das argon sturmgewehr ein anderes element außer energie und wenn sie wie viel wird so also wenn es feuer hat oder wasser ich wollte eigentlich Dings haben äh Brottenweber was würdest du mir gegen drei bei Kruppelweilern die ich blitzere haben die 850 ich brauche keine 58er Waffen sorry tut mir leid ähm ich brauche halt eigentlich nur 100 106 darf ich mir die mal angucken weil ich weiß nicht was es ist ja die hat Natur gell ja die ist eigentlich nix ich will es mir halt noch überlegen aber wenn du jetzt eh off musst weißt du dann keine Ahnung ich muss nicht eh off ich kann das mal ja wenn du halt keinen Bock mehr hast meine ich weißt du äh ja sorry äh was warte ähm ich weiß nicht ob ich die brauche überhaupt weißt du ich brauche halt ich hab halt ich hab halt hast du halt noch bessere Waffen außer dir weil ja ich will die ja loswerden nein ich meine nicht ich meine den mit dem ich glaube Träger ja 106 hast du du Sturmgewehre oder sowas ja aber ich brauche halt selber Toten ich kann dir ja Toten selber Tränen ja dann was willst du 284 den 1004 Ere oh Gott was ist das für einer ach 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 ich hab ein 82er mit fast Full Legend in drei blauen halt aber äh brauchst du brauchst du noch OG der Trommelwirbel oder Trommelwirbel äh 6 hab Skizze ja R6 du kannst reinkommen ne ich hab nur 106er und 130er aber die will ich ungern traden weil die sind geil ich mag die aber die 82er Toten gräber würd ich traden ja ok würdest du jetzt machen und dann 6 keine Ahnung was ist denn Raketen warte ganz kurz ähm der Babo ähm ich würd halt falls der das nächste mal oder morgen ne ich überlegs mir bis morgen oder bis später und schreib dich nochmal auf Youtube oder sowas an ne wenn ich mir überleg ok ja stimmt aber erstmal will ich halt ähm noch nicht aber ich überlegs mir halt noch hä ich kann's editieren ja aber Digga ich stehe jetzt eh erst wenn man 20 Minuten oder so weg ich kann auch fahrte bleiben ich kann auch fahrte bleiben ach so ok würdest du das machen äh ich weiß nicht weil das ist halt ne Raketenwerfer ja ja ich weiß aber ich ja ok ähm aber das ist halt ne Raketenwerfer weißt du nicht ich brauch keinen Raketenwerfer also doch ich würd den nehmen aber kannst du mir noch was drauf geben hast du Materialien irgendwas uff ich weiß nicht was du brauchst brauchst du das hier ja sowas halt und dann halt noch irgendwie keine Ahnung hast du glatte oder Opsi oder irgendwas oder Elfis ich hab nur ein Opsi ach so das eine Opsi kannst du behalten das passt du mir fängst du noch mal drauf sehen ja passt du Panzerband nein 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 das passt schon das passt schon das reicht alles gut danke warte mal kurz und jetzt noch was werden uff ich weiß nicht du willst ja denn ob du diese hier willst aber ich weiß nicht was noch andere Sachen gehen das ja hundertsechster Kürbis hundertsechster Kürbis hundertsechster Kürbis kurz ich komm mir mal an nur ganz kurz genug aber ich hab noch eins der es gelösslich aber das ist so einmal wund hm heiße ja du musst mich mal adden also ich heiße gott knows gott also ich edit keine Leute tut mir leid aber so untersteht das wie ich heiße ähm ja ok ich weiß nicht kannst du mal screenshot von deinem Inventar schicken schnell oder du kannst das droppen aber ich glaub nicht dass du droppen willst deswegen hm schick einfach screenshot ich kann dir auch was sagen ne ich hab also gar keine Sachen in dem Lager ich hab nur äh ein Flanken gesprungen das tut glaub ich nichts auf ja ich habe auch und die beiden Kram und das leckt ich würde dann wenn er nur ein Nader hat den Kürbis dafür wo du drauf hast du mit episch und blau ne und halt den Elektronenröhrenwerfer gegen keine Ahnung was viel zu dafür und das bin ich eher Toten, aber wie viele denn das ist halt die Frage ich kann dir halt ne einen epischen geben 106 mit Energie ist das epische? was machst du mit epischen? äh, nein, ein e nein, 106 mit Energie, so, sorry ist Gold die hat 4 blaue und einen epischen kann ich rein trafen äh, ich hätt's mal in monstrain äh, wie heißt du? ähm, ich heiße so god knows god da ähm, ja, was hätt's mit für die Ideen und für die Toten? äh, es gibt ja die Kürbiswaffe aber äh, das sagt 196er Frotenräwer ja, was wird, also, was gibt es mit für die hier? gibt es mir noch was, dafür auch für den Kürbiswerfer der 1006er? das kann ja eigentlich zwei Sachen dafür geben ja, was dann? ich will, ich, 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 was, was? Warte ganz kurz, ich gucke deinen Inf nochmal an. Wieso? Weil es sind ja zwei Waffen, Janus, Janus, Janus und Janus, 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 Janus. Ja, aber das sind RPGs, die sind, dafür braucht man nicht mal ansatzweise, selbst, ich würde, ich mach sogar Minus, wenn ich die beiden Waffen gegen die 106er Totengräber mache, mach ich sogar trotzdem Minus. Mach ich mit. Also da machst du auch Plus eigentlich sogar noch. Mal ganz kurz. Wenn du da hinten auch deine Waffen glaubst, ja, aber. Ja, oh mein Gott. Ja. Komm, hier, warte, hier. Kannst gucken. Kannst du noch behalten, falls du willst, oder? Ja. Wenn nicht, mach ich wieder auf. Ähm, kannst du auch, kannst du dir anderen aufziehen. Okay. Ja, ich geh jetzt auch mal weg. Okay, dann tschau, ne? Ja, tschau. Kann nicht schicken. Ähm. Ja, ich weiß, man kann auch nicht schicken. Ähm. Deswegen, ihr müsst unbedingt über PSN das machen, weil über Epic, es geht nicht. Ich, oh mein Gott, ich hab übersteuert. Ich hab's gehört. Ähm. Ihr müsst mir über PSN schicken. Da ist ich Gott Nose gehabt. Weil über Epic, Epic hat die irgendwie die FRs down gelegt. Also man kann über Epic keine FRs mehr schicken. Also, die werden einfach nicht geschickt. Du musst mir über PSN schicken. Ich kann nicht reinkommen. Ähm. Wenn nicht, dann geht einfach auf mein Playsy-Account. Es ist so öffentlich. Aber. Und dann halt irgendwie einfach auf Partien. Dann könntet ihr in die Party kommen. Und dann kann ich euch darüber einladen. Also, kommt einfach in die Party von mir rein, wenn ich euch geedit habe. Wieder da. Ehrenmann, dass ihr wieder da bist. Ähm. Zeig mal deine Nahkampfwaffen. Bruder, meine Nahkampfwaffen. Bruder. Ich hab nicht mal welche. Die hier und die hier. Weil ich brauch die eigentlich nicht. Okay, hi. Hallo. Zeig mal Metz. Äh. Ich hab gerade zwei Totenriber geschenkt bekommen. Hab gerade zwei Totenriber geschenkt bekommen. Okay, nice. Ähm. Warte, ich zeig Metz. Hm. Hier. Meine Metz. Hm. Warte, ich lass... Achso, okay. Also, ich komm gerade rein. Überbrotten. Trader du die Sachen. Ja. Heute hast du schon, ich hätte RDW-Verlosern gewonnen. Ja. Hast du Sonnen? Ja, ich hab Sonnen. Sogar relativ viel eigentlich. Also, finde ich hier. Vier Stacks und 86. In RDW ist so schwer. Zu bauen. Ich würde 20, Sonnen, 20 Bright, 20 Effis traden. Okay. Trade ist die Sonnen. Ja, ich trade ist die Sonnen. Kommt drauf an, was ich eh dem mehr definiert. Okay, hallo. Kommt hier rein? Ja, ich kann gerade rein. Was du wollen. Ehrenmann, er schreibt genauso wie ich, was du wollen. Ähm. Was brauchst du? Ähm. Also, ich brauch gemoddete Waffen. Ich brauch OG-Waffen. Ich brauche, ähm, effiziente, glatte und Schatten. Und Opsi. Und Maler. Und Brightcore. Und Sonnen. Von Kürbis wäre von 130ern. Warte, 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 warte. Ganz kurz, ihre Rede durcheinander. 130er Totenköpfe mit allem was? Äh, ich hab mit allen verschiedenen Elementen. Wie? Also, ich hab mehrere 130er und mit verschiedenen Elementen. Ach so. Mh, tradest du Sonnen? Ja, ich tradest Sonnen. Sind die glatten gedubt? Nein, die sind nicht gedubt. Ähm. Kannst du mir FA schicken? Heiße, Epic, Antaia. Ich kann die nicht über Epic schicken. Über Epic kann man keine FA mehr schicken. Das geht zur Zeit nicht mehr. Ähm, ihr müsst mir über Playsy, ähm, FA schicken. Wer will mit mir traden jetzt? Bin der Tech hab ich auch. 82er, fuck ja. Ja. Kommt einfach rein dann. Hier in diese Box. Okay, wieder einen. Ich schätze mich. Oh, ich hab eigentlich... Ich schätze mich. Psst, das darfst du nicht sagen. Und alle Totengräber haben 100. Das ist so 130. Ich spiele auf PC. Voll registriert. Ähm, ja, okay, wenn du auf PC schickst. Sorry, dass ich dir vielleicht grad nicht zuhöre, aber ich lese ein bisschen Kommentare. Ähm, auf PC geht nicht. Das geht grad nur auf Playsy irgendwie. Save, das geht. Nein, das geht nicht. Ähm, sagt ein Epic, ähm, wir testen, ähm, God knows God. Also so hier. Was ist das? Warte. Darf ich kurz mal gucken? Da war das Blitz 15. Mal auch nicht. Oder warst du das denn? Hat jetzt Götze. Oh, das ist neu. Das stört. Also du hast auch Blackstar-Skizze. Genau, und Trommelwirbel. Beides 106. Hier haben die anderen nicht gestimmt. Hm, ich glaube nicht. Hey reden. Ich hab auch konzipiert. Hat jetzt Götze. Äh, ja, genau so ist es richtig geschrieben. Ähm, testen, hast du was bekommen? Ähm, ja, ich hab ehrlich was bekommen. Aber das sind nur die Freunde, die bei mir auch drin waren schon. Also, von dir hab ich noch nichts bekommen. Also ich hab auch noch ne 82er Belagerungsbreche. Mein fast Kollege. Zeig einfach, was du tradest. Ja, ich hab, ich kann alles mit mir zu traden. Ich brauch Air-Mats, also ich brauch Materialien. Materialien hab ich bestimmt auch noch. Warte, ich kürze es an. Ja, 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 warte. Sorry. Ich sag's mal kurz bei den Rättern. Hier, wir traden auch gleich. Ich, wir traden auch gleich hier. Ja. Äh, frag mal, ob die anderen nicht gestimmt haben. Äh, ne, die haben das nicht gestimmt. Äh, paar Müll-Kanonen oder so. Ja, aber die erwähnen wir noch nicht. Ich weiß, die reden auch nicht. Ja, aber ich brauch ein... Ich hab einen Mondkristall, ein Regenbogenkristall, ein Spektrolyt, 22 Brightcore, ein Sonnenstrahl, äh, äh, 226 Obsidian, 272 Schatten, 460 Malachit, äh, äh, Da haben wir natürlich Mechanik-Teile, 161 Glatte und 391 Robust, das sind. Okay. Und zwei Honig. Okay. Not kurz. Was gibst du mir für eine Bandit-OG und hat dreimal Nachleidgeschwindigkeit? Brauchst du Natur? Ich wollte mein Damspringer-Clauen. Armbrust. Wer? Ich hab auch schwarz in der Waffe gedroppt, äh, dieser Wolfsgeist noch ins Auge gemacht. Heißt du genauso... Gott-No-Scope. Ja, genau, perfekt so. Zeig mal, Mats, ähm... Hey, Gott-No-Scope. Ja? Gott-No-Scope, ich hab mal ne Frage. Ja? Welche Klasse bist du eigentlich? Achte. Spaß noch, siebte. Siebte. Ja. Ich auch, aber... Kommst rein? Ja, nein, nein, nein. Okay, einfach nein. Das war nicht ich. Das war ein Kumpel. Einer von euch beiden muss rausgehen. Oder ich mach hier einfach zu. Wenn wir jetzt zuerst mit Retraiden werden, bessere Materialien. Das ist ja blöd. Äh, ja, ich weiß, was das blöd ist. Bin acht. Ja, also, ich brauch Bright, ähm, Sonnen, Schatten, Opsi am besten und Elphys, also... Oder gemordete Waffen, wer davon was hat. Oder Black Scar. Ja, trad ich auch später welche. Ähm, noch hast du. Ja, scheiße. Äh, scheiße, trade das mal mit den anderen, dann kann ich nochmal lagern. Achso. Ich hab heute... Trade ist du Sonnen. Ja, ich trade ist Sonnen. Äh, äh, hast du vielleicht Robuste? Nein, gar nichts. Glaube ich. Warte? Mann. Nee, hab ich nicht, sorry. Ich hab 230er Müllkanonen, zwei Black Scarce 130er, 830er, ähm, Totenreber. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. Ich brauch keine Waffe. 130er Trommelwirbel, 106er Trommelwirbel, 106er Rasierklinge. Hm. Zwei 82er, ähm, Belagungsbrecher, äh, vorletztest eine, die andere. Alles eblich, außer eines blauen. Okay. Ähm, beide mit Element Energie. Warte ganz kurz. Da hat einer geschrieben, hast du doppel... Hab doppel Element Toten. Ey, ich schwöre, ich würd dir die traden. Was willst du dafür? Also, komm mal bitte rein, also ich heiße, Gott knows, gott auf PSN, äh, aber ich brauch keine Waffen. Äh, ich brauch keine Bandit, Siegurt, Mert. Ähm, hast du Interesse an gemoddeten Toten? Ja, hab ich. 100 Sonnen, äh, ja, würd ich sogar machen. Also, kommt drauf an. Wenn du mir die zeigen würdest, was das für eine ist, oder, ähm, oder mich Screenshot schickst, besser gesagt, dann würd ich's machen. Also, mal gucken, welches, wie gut die ist. Also, adde mich mal, please, auf, äh, womit. Doppel Energie. Brrrrrrrr. Egal, Doppel Energie ist auch geil lang. Nimm FAA an. Ja, hi. Ja. Ja, hi. Äh, du hast mir keine FAA gesendet, Brokens. Ähm, nein, Epic geht nicht, man kann über Epic keine FAAs mir schicken. Warte mal, ich komme mal kurz, warte, ich komme mal bis 7. Da bist du nur jetzt, da warte, du bist weiß, okay. Und, ähm, der Bro, ähm, der Bubble King, wie heißt das, mein Kumpel hat mir geschrieben, ähm, er tradet mir später Natur Jacko Launcher für 500 Sonnen, deswegen, äh, für 200 Sonnen. Und, ja. Oder machst du nicht? Nee, sorry. Verjagdlich. Ciao, haust du. Ähm, brauchst du Doppel-Element-Toten? Ja, Decker, wieso haben alle Doppel-Element-Toten? Klar brauche ich Doppel-Element-Toten, ich brauche alle geilen Waffen, aber... Ja, okay, okay. Ähm, wer ist jetzt noch da von euch beiden? Hallo? Ist noch wer da? Äh, wirst... wirst nicht angezeigt. Ja, ich weiß, dass es nicht angezeigt wird. Das wird auch nur über PSN angezeigt. Also Bro, schick du mir, ähm, XBR... warte, Gott. Das kann ich mir noch nicht merken. Ich muss ganz kurz mein Handy anmachen, dann muss ich über da gucken. Warte. XBR... So, weiß weiß ich noch und den Rest weiß ich nicht mehr. Jetzt muss ich wieder auf meine... Jetzt muss ich das wieder suchen. Oh mein Gott, Bruder. Ähm, ähm, ähm... So, warte. XBR... X... K... E... Z... Großzeit... Bündnisstrich. So. Mal gucken. Mal gucken. Leute, es gehen nur Playsy, Leute, weil Epic... Über Epic kann man keine FAs mehr schicken. Oder... Das geht zumindest gerade nicht. Deswegen müsst ihr, ähm... Über PSN schicken. Und X... X... Oder wie du heißt. Es lädt bei dir gerade nicht. Ich finde es nicht. Kann man... Twitch... Ähm... Kann man... Eigentlich über Epic. Es geht ja nicht über Epic. Über Epic. Ich dich auch nicht. Also... Kannst du noch mal gucken. Mh... Ich heiße so. Mit... T hinten. Also nicht Got No Scope. Sondern Got No Scoped. Weißt du? Und auch nicht mit D, sondern mit T. Sorry. Also... Was ist dein Epic? Über Epic geht nicht, Leute. Immer noch. Man kann zur Zeit nur über Play Sie... Epic wurde gepatcht. Also man kann... Guck. Ich kann hier zwar... Wartet. Got No Scoped. Genauso. Guck. Dann gebe ich zum Beispiel, ähm... Hier das, was ich eben eingegeben habe. Von dem Typen. X... Ah, okay. XBR... X... K... E... Z... Großzeit. Das muss hier... Das muss auch noch groß. Und dann bin ich durch, wartet. Ihr werdet sehen. Es passiert gar nichts, okay? Es passiert einfach gar nichts. Ja... Bro... Oder wie du erheißen war. Ich nehme deine FA an, aber... Es passiert einfach gar nichts, wenn man Epic FA schickt. Man kann es zwar schicken, aber... Es wird keine verschickt. Und man bekommt auch keine. Das ist bei jedem so. Also... Es geht gerade nicht zur Zeit. Ich weiß gar nicht so. Wir haben schnell getredet, ja. Hallo? Ja, 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 ja. Und dann kommt einfach in meine Party rein bei Playsy. Äh, bist full. Ja, okay, danke. Ey. Okay, jetzt kommen die Play... Warte, okay. Okay, ich mach Party höher. Komm in Party. Ja, ich brauche kein... Ich brauche keine Waffen. Ich brauche nur Materialien. Immer noch. Also, Malachie, Obsidian... Ob sie brauche ich? Ja. Also... Wie was hast du denn? Spektrum? Spektrum? Hab ich 26. Brauche ich. Brauche ich. Gut, save the mute. Hi. Ich stack hier fest. Schick die Maus. Schick die Maus. Hm, okay. Guten Auskauf, komm mal zu mir. Ich will dir was schenken. Zu wem? Ja, Shield. Zu dir? Ui, dankeschön. Wo würdest du mir mit mir trainern und du schenkst? Sei jetzt gibt's. Das ist... Und das ist bloß ein Schwert. Komm mit. Ja. Hab irgendwas was ich dir auch schenken kann? Okay, wie viel... äh, was hier Waffen hast du denn? Warte, das falsche. Hier. Hier. Brauche ich eh nicht. Kannst du, kannst du haben. Okay. Ist schlecht. Von daher. Brauche ich eh nicht. Kannst du haben. Ich brauche die hier nicht. Die hier nicht. Die hier nicht. Kann ich... Kann ich machen? Mir egal. Teilt euch und dann auch. Das ist eh bloß los. Okay, warte. Hey, komm. Hey, hey. Es kommt der Renegade. Dann wir mal das nicht machen. Hier. Okay, gleich wiederverwerten. Nein, ich behalte sie auf Ehre, weil das geschenkte Waffen sind. Jetzt bin ich drei drauf. Nee, guck mal. Das ist die Wimmerkeit kann ich bleiben. Danke. 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 Okay. Okay, warte. Wer hat jetzt... äh, ach ja, der... Ey, ich hab gehört, dann stehe ich nur 10 Pfoten, die über dieser Bricknuss. Nein, ey, dieser, ähm, Brooks, oder wie du heißt auch immer noch mal. Probier mich zu adden, Twitch, das geht nicht. Du musst... Das ist schon drin. Ja, aber er soll hier bei mir in die Box reinkommen. Kannst du in die Box bitte reinkommen? Okay, dann... Okay, dann... Okay, stopp jetzt... Leute, ich... ich stumm euch beide ganz kurz, weil er redet ganz leise. Ich höre ihn sonst fast gar nicht. Nicht böse gemeint. Ich stumm euch gleich wieder. Ist das besser? Achso, ja, okay. Dann kann ich nicht... Ach, egal. Ich lass jetzt einfach gestimmt. Okay. Hast du das Screen gesehen? Äh, warte mal. Ich guck mir Screen an. Ich guck mir Screen an. Äh, warte mal. Und die ist normal, Genie. Scheiße. Ich hab das ja... Also Feuer und Wasser hab ich aber weggenommen. Also weggenommen. Also weggenommen. Achso. Okay, probier einfach please. Ja, mach ich später. Also mach ich gleich. Ähm, was willst du für die Toten drüber? Ja. 100 Sonnen. Also ich hab 150 zwar gezahlt, aber ich will die irgendwie auch loswerden lassen. Können wir machen. Ein bisschen weniger als 100 Sonnen und, ähm, ne Waffe noch? Weil ich hab... Ich hab achten... Ich könnte noch, ähm, 86 Sonnen heute wegtraden, ne? Und... Ja, 87 und, äh, 130er Waffe. Wollen wir das so machen? 130er, Bruder, ich hab nur voll wenig. Wenn die Hydra, die du die ganze Zeit verschwinkst im Stream. Die hier. Ja. Die kann ich nicht traden, die hab ich geschenkt kommen von Neko. Ich hab, ich hab mir versprochen, ich traden die nicht. Die hier auch nicht. Die hier auch nicht. Also sag mal kurz um 7 Lenden in den Tag. Paar Waffen kann ich aber nicht traden, also. So ein Körperswürfer? Der 10 Sonnenwert ist was und OG-Flash, der 10 Sonnenwert? Ich hab nur ein 130er, aber den würd ich. Kann ich nicht. Kann ich nur... ähm, ich kann 206er. Lass 206er kennen, wenn du das hast. Oder... Also ihr habt nicht eine. Oder ein Körperswürfer und mir kennen, die wollen das so machen. Also sechs Nachts zusammen und dann... Aber dann den kaputt... Dann den kaputten Körperswürfer okay? also der hat 16 von 20 könnte es auch allerdings also damit die 100 sonnen kommen 86 und 24 schatten wenn du das hast 86 und 24 schatten oder wie ja das werden sondern umgerechnet und dann wird sie noch eine waffe haben nein keine waffe dann keine waffe ja okay können wir machen wir machen wir machen glaubst du fast oder weil können wir so Hälfte der Hälfte machen du glaubst die Hälfte dann glaube ich die Toten und dann was mach ich eigentlich nicht weil dann kannst du mich ganz easy scammen ja dann hier und 24 ne kann doch gucken ich hab's nicht okay dankeschön ja ja ich hoffe ich sie sind ein haltbarkeit weg also dafür muss ich gleich 80 sonnen dagegen eigentlich da auch ein spaß und die anderen können ja ich entstumme jetzt wieder so hab ich wieder ein stummt was ich mal gucken kann schädeln darf ich da mal gucken da macht das in ehemalowelle kugeln schwerter und granaten weglaufen kann ich euch nicht raten von mir okay wer jetzt verreicht werden und gut nimmt und vor allem in der Sonne und so kippt die sich schämen bei uns können mit ihm kommen aber was willst du ja was willst du was trägt die kreppwarten stunden und jetzt wieder ich glaube ich habe Mischka fällest du ich bin von Gott noch kommt aber trägst du trägst du ein Schatten hallo machen wir 1 zu 3 ok dann stumm ich so ok ich bin wieder da ja moin, hallo ich habe stumm ja das war's ich habe ein blaues Schwert ja ich habe und ein episches und ein goldenes ok ich habe auch ein 82er von ihm ja ok ja was brauchst warte mal was kann ich denn so brauchen was brauche ich denn für meine hast du feinkörniges das ist eines das hier feinkörniges Bruder ich glaube ich habe alles getradet heute ich habe voll viel getradet heute schon Bruder ich habe ein stack feinkörniges das ist ein Wunder 6 ein stack auch so ein stack ich schenke ich dir ganz viel wert das sind nicht trägen zu viel wert ne den Rest kann ich nicht annehmen das ist zu krass ja ok wie viel ist denn es deckt mit 200 was ja würde ich dir auch bedingst ne äh ein obsidian äh nein wie viele cd würdest du nehmen wie viel gibt es denn dafür maximal 30 30 obsidian mhm ok würde ich machen ja ich müsste mein Lager ich brauche etwas für meine Skizzen ähm die heißt so epic epic geht gerade nicht man kann über epic keine FA schicken ja warum transfer ist denn hier alles ähm gott knows gott heißt ich so 355 kommentare ja ich gebe dir noch 33 warte ey ich bin nicht ja warte ganz kurz ey ich bin ja eigentlich da liegt jetzt mein Kunde ja warte ich gebe dir noch ein bisschen mehr drauf also ich gebe dir noch 33 drauf komm her ja ok dann warte ja jobst du first oder die nein ich geb nie für und so wo hast du kurz ich ein stund denn ok sorry ich hatte dich auch noch gestorben aber hast du effizienter leffis äh guck mal stream und dann kann sie sich beantworten worten ich glaube also ich weiß nicht ich glaube ich hatte da wird zu bettet werden kann machen das pauschen kann man nur noch mal sagen ohne das konzert ne danke ich brauche keine nahkampfwaffe dann kommt der bräuchte ich kann ja eine waffe anbieten also dafür habe ich 200 lang bezahlt ich weiß kann man das zusammen haben aber die ist 130 und ich habe heute schon so ein anderes wie okay wie viel willst du dafür jetzt kommt ich will ich will ich will einer wollte mir vorhin schon irgendwie wollte dafür 280 in 380 Prozent denn es wurde für aktive Worte dafür länger vorhanden oder kommt steht da muss ich losdecker keine Ahnung was gibt es dafür was für er ist guter Halt ich weiß also 150 als er auch noch 50 sohn hat sie als Wert hat 200 bezahlt ich wollte unbedingt aber der Bauchstürmer nicht mehr und sie ist auch nicht mehr wert Nadie soll die Gäste und von 30 in die Zeit und die Nachwuchs und das ist schon immer noch viel wert Prozent noch mal breit ein paar Sachen wiederverwerten der Bruder ich überlegte und sich das ist auch hier und durch ich habe doch noch und die Trommelwürde das Gründerstädtisch mit Prozent 2.2 haben Stoffe gezahlt mal was was ist das Problem bei uns ist der Grund nicht mehr und 9 wir haben die mit dem Anruf aber was und 6 also ich habe dafür 2.3 von verbreitet wirklich echt ja wie viel Sonnwirt dafür ich hab schon von Schiffe ich wird 20 aber wie kann man die Erwanderung bis 114 das ist ein epischer denn immer aber ich packe jetzt alles was ich stelle was noch schämen würde so 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 ich bin so 8 den uns kennt so dass es das was ich noch trennen würde also insgesamt mehr durch 480 also 2 20 nach so gesagt ja okay können wir machen und ich hab's davon wie heißt es auch bis ein ich heiß gott noch so gut ich guck mir ja ich muss auch ein zum kraftwerk aus als füllen muss ich wünschen ich bin ein erinnern ich bin ein erinnern herzulassen ja nur in der Kurs er hat die Wendel und angeblich wird abzuwarten wir haben es immer noch nie er hat einen Sonnenblatt also er gilt für das Einzelnen wie ich jetzt mal Prozent die Stiftung aber was soll was soll geschenkt kommen Spaß. Okay, für die eine Sonne gebe ich dir 15 Mal an. Hey, Digga, was für... Hey, Digga, ich werde gleich geblauert, dass ich eine Sonne habe. Ja, er hat gesagt, ich habe... Ich habe vorhin echt verstanden, du hast eins. Anni, das war der andere, sorry. Nein, das war Mondschein und die Regenbogen. Ja, sorry, ich habe schon wechselt. Guck mal, brauchst du den hier? Einen Spaß brauchst du eher nicht. Nein, hatte ich Wasser und Feuer, habe beide weggetrailt. Ja. Ich habe schon viele, was ich gesagt habe, gemordet habe. Ich bekomme noch 330er OG Wasserkürbiswerfer zurück von meinem Kumpel. Ey, eine Frage, ich biete dir jetzt die Sonne. Ich brauche 3 Minuten, was würdest du ziehen mit 42er Beutelstunden und wie viel Mal aufnimmt? Brauche nicht. Was? Brauche nicht, okay. Brauche nicht. Dafür gebe ich dir 500 Sonnen. Spaß. Nico, willst du OG, Sepp hat schon? Äh, nein, will ich nicht. Feuer und... Danke. Wasser, genau. Ich auch. Kannst du ihn noch? Habe ich auch, gerade sogar. Blager. Ich wusste, da. Ja, ich hätte da, der jetzt reinkommt, wir gleich so, ein Level 15er blitziger, denken so, oh mein Gott, oh mein Gott ist das krass. Einmal schnell durchspielen. Ich schwöre, hier liegen vor allem vier Sterne präsige, ähm, ranken, vor allem diesen Wert. Hä, schwarz, hä, brauchst du das alles? Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Nee, ich brauche oxidiertes für meine 130 gefallen. Puh, da gibt mir die, gib mir diese Pechschwarze, ich schwöre, ich habe heute so viel getradet. Hey, warte mal, hast du die mit? Hey, brauchst du die nicht, wenn die Pechschwarze trinkt? Nein, ich brauche das hier, warte. Einfach oxidiertes, das ist so ein Big Shield in Rotwetten. Und das hier, das hier brauchst du auch. Was? Ich habe da vor den letzten Tags bei Billion Trading verloren, ich habe so geheult, ne, ich weiß nicht. Vor allem, das war undiuk. Ja, das hat übel, das hat übelst selten, ne? Das ist, selbst wenn es geübt, ja, weißt du, wie selten das ist, das ist halt selten. Als, als, als andere glaube ich, so gewesen als Honig. Was hier wohl ich habe? Ich habe drei, sechs davon. Die sind anübt. Oh, Edelwurst, Geistername. Ja, Mann, ich weiß ja. Ich habe sofort, ich habe, ich habe mir so gedacht, sofort so übelst, gerne in der Mitte. Was du effizienter Dämpfung bist? Ah, ja, stimmt, dann ist es auch. Ja, und zwar, 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 und zwar. Wo sollte ich das darstellen? Ähm, das, nein, das ist nix. Das sind fliegende Raketen, das sind Raketen. Ich weiß, dass das fliegende Fenrischen sind, aber... Nein, das sind Raketen. Ähm, euch... Also, wenn ich die mit meinen vergleichen, sind die eigentlich viel zu klein? Ja, klar. Ey, Ruth, Ruth. Was bist du in LLW? Ich glaube, er steht auf Fenrischen, deswegen. Er ist schwul, er steht auf Fenrischen. Halt, der Morgen, das sind Raketen. ich bin dann schon brauche ich ich meine roya level ich meine roya level ich bin keine leute du kannst mich aber entgemerkt sieht schon so aus als ob er in die mussten die game der gamer er sagt er ist 131 ja ich brauche das nicht äh epic geht nicht also man muss man muss mich überplayen dafür will ich sogar hier eine planke geben ich gebe dir der finner og trommelwirbel des gründers auf auf episch und schwacher die will ich haben die will ich haben die nachgang waffe ja die ist aber schlecht also die kann ich dir jetzt schon sagen die ist keine 10 sonnenwert die waffe die er hat also als erstes ich werde auf Feuerwehrmacht ich noch nicht wer hat er noch vor allem zu wollen wir die Bedeutung der Klinik die Bedeutung nicht mehr ich hab die Europäische die wichtigste ich glaube ich werde ich glaube ich möchte die Waffe Niohle Mieter ich habe die ganze Zeit aber ich habe die Niederlande ich habe Toten aber es gibt so viel gehabt er hat die Befürchtung mehr anhanden ich habe auch Nürnberg 40 und auch Kontrollverlust mir gibt ich habe doppel doppel element toten drüber 130 ich habe die paar Waffe geben der doch erzelt und hier wird der Gäste entgegelt den Gräten zu bewerben und das macht es nicht mehr die Toppen um ja aber was wird sie da was gibt es mir dafür und ohne Stolz der Kopfkommel ankommen rein ein Jahr oder das ist das Ankommensgeschenk bei YouTube die kann ich die kann schon mal wegpacken die kann schon mal wegpacken die kann schon mal wegpacken die beiden brauchst du dich nein die erste ja die zweite 9 also die erste nein nein das geht durch die Watz ja 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 also die Feuerachse welcher ist voller 280 ja also die Son 23 19 ja ja mal kurz ich guck mir mal eine Revolverdiskuss an keine Ahnung ich weiß nicht ob ich die brauche äh ich könnte ja auch aufheben wo die andere Waffen geben wenn du willst ähm also ich brauche halt eher was machen ich brauche halt eher irgendwie seltene Waffen sowas wie den Todesstrahl oder sowas weiß ich meine äh äh da gebe ich dir nur die Todesstrahl nein nicht nur die Todesstrahl oder sowas weißt du was machen wir das so äh ich habe keine Ahnung ich habe gott keine Ahnung habe und sie ist ich äh strahlen ähm ähm ich 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 hab hier 106er belagerungsbrecher 3 3 3 4 mein Fernseher ist auswahl wo ist sie? 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 ey ich hab mir jetzt ich hab mir jetzt verletzt guck das mal ich 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 weiß nicht wo sie ist ich sehe sie nicht warte komm mach ich nicht warte mach ich nicht warte ranger kürbiswerfer 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 ja warte ich suche noch meine Fernbedienung schnell ja ich wurde 6 oder 6 30 da hast sie hier sorry warte ich hab ich hab ich hab jetzt nicht auf stats geguckt aber ich hab weil mein Fernseher aus oder kannst du mir SSV helfen ja kann sein kann sein nein brauche ich nicht aber die Todesstrahler ja ich weiß nicht ob Todesstrahler ich hab jetzt mal gehört dass eine ewige Todesstrahler auf alle 70 Feuer ist schon nichts 400 Sonnenwert hat immer sich für ihr zu viel Wert Doppel-Elementoten wäre das aber auch viel wert ich weiß nicht ich werde los machen ich könnte dir andere Waffen geben ich hab dir noch eine OG Ablust auf der Tür oder ich geb dir noch viele OG Waffen wie du willst keine Ahnung also die Materialien sind schon mal gut an sich so aber ich werd noch irgendwas drauf hat er die Metz bäm bäm und dann zwölf Malachids und dann hab ich dir noch ein OG-Geladenwerfer mit Wasser hab ich selber und OG-Raketen-Energiewerfer mit Wasser und OG-Raketen-Energiewerfer mit Wasser Elektro-Ketenwerfer mit Energie hast du auch irgendwie was anderes außer blaue Waffen? äh ja ich hab epische epische OGs weil ich will eher ich will eher goldene OGs weiß und epische nicht so blaue ich will eher goldene OGs weiß und epische warte shish da drück ich dir auch kurz drauf keine Ahnung keine Ahnung weil das ist nicht soo viel wert wie ne Dengens ich könnte doch ne Laser-Axt auf Feuer drauf legen aber als letzte Waffe gebe ich dir wirklich nur der 71er Elektro-Werfer-OG was das? mal kurz ich guck mal jemand an ach so ok heb mal ganz kurz heb mal ganz kurz seine Waffen auf ich muss mal ganz kurz was ich will ihm zeigen ich bin ganz kurz weg wem zeigen ich bin ganz kurz weg spiel um jonas ja ich hab schon sehr viel schotten übrigens bin ja da ich weiß nicht also ich will er noch irgendwie wessen böse gemeint aber guck ach so guck mal was ist der element meine chips hast du einfach gekreilt meine ja ja und jetzt kommen die sonn aber kann sie reich und reich machen aber wenn du noch breitkontrollen Ich will nicht hier im Weg laufen. Darf ich auch mal gucken? Äh, ne, aber ich hab auch G-Waffen. Äh, ich hab Elektronenröhren, Werfer mit Feuer, ähm, Schockwellen, äh, Schockwelle mit, ähm, Wasser, hier OG-Kürbiswerfer, äh, ne Schockwelle, das ist so ein Shotgun, das ist die hier. Guck. Die ist episch, die ist auch episch. Ähm, halt Eisbiss, Trommelwirbel, äh, Granatenwerfer, Sepatron mit Feuer, ähm, mal kurz, ich nehm kurz ein FA an. Mhm. Und so, er wird er nicht schön, was Geröbel wird vorab. Nee, Zeppatron mit Feuer, Mann. Oder hat noch vier OG-O-Seierwerfer oder 130er-Kürbiswerfer OG. oder noch eine eisbüste wasser kommt drauf an was du dafür willst ja ja ich bin seit fast vier Stunden ich habe ihn die ganze Zeit gestimmt habe ich habe es gar nicht gecheckt er hat man ist nicht naja was man so man muss also ich hab der Blazergewehr mit Feuer Also Sepachorn mit Feuer, Granatenwerfer mit Energie, Eis bis OG, 93er Trommelwirbel mit Wasser, 93er Schockwelle, also diese Doppelkessel, wie die heißt, Elektronenröhrenwerfer mit Feuer, Todesstrahl mit Natur, 4 OG Kürbis, Ostereierwerfer, 2, ach, die hier habe ich noch. Ostereierwerfer. Ja, die hier ist so gut. Die hier ist verpackt. Ostereierwerfer. Guck, da kann man kein Wasser drauf machen und die ist halt noch auf OG. Erwart kurz und sonst habe ich noch Bleiprügel. OG kann man auch kein, da konnte man damals nur physisch drauf haben. Und noch vier OG Kürbiswerfer. Guck mal, wie viele für uns sind. Okay, ich will dich jetzt ganz viel drauf machen. Ich will dich jetzt ganz viel drauf machen. Warum kommst du nass? Warum? Warum? und um die Hälfte bis zum nächsten Mal die Hälfte die Hälfte die Hälfte die ist nicht so viel wert weil die hier ist ja 200 Sonnen teilweise wert die ist der Preis nein ich hab mich nicht ich hab gestern geschaut bei Neko dann wird die ich bin ich habe gesagt dass man sich noch 100 bis 200 Sonnenwert ich bin mir dann doch man kann auch bei der waffen so der reichte spielte ich will die Mutter Kohlekraftwerk Man kann auf beide Waffen... Mach mal da bitte aus oder mach mal Sound aus. Man kann auf beide Waffen, konnte alle Elemente drauf. Auf beide Waffen, konnte alle Elemente drauf. Nein, kann man nicht. Man kann auf der kein Ding drauf haben, kein Feuer. Da geht nur Natur drauf und auf der hier geht gar kein Element drauf. Auch da geht nur physisch und Energie. Schnell, weil sie das Leben gibt, S. D. B. 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 S. W. B. ich weiß nicht gibt es welche willst du dann haben jetzt genau noch eine legio die waffe wäre die ist nicht also die konnte man auch ohne element also ohne physisch ja kann sein aber man konnte die also ich habe die aufgabe ohne physisch ich habe es ausgesehen aufkommen wie viel maler war das 112 ich weiß nicht weil ganz kurz immer auf wird kurz und der nächste ja ok was willst du sagen keine Ahnung irgendwelche Waffen äh ich weiß nicht ich weiß nicht wie zu einer null ähm so sind sie doch nicht ähm keine Ahnung wenn sie 0,01 hat dann nicht aber wenn sie kompletten 0 hat dann ja ja ok weil ich habe auch hier eine weißt du warte hier die Winterzeit aber die hat halt 0,02 wie viele Sonnen hast du du ich kann dir nicht scheunen ich habe also die Sonne würde ich nicht traden halt und die breit weil mehr trade ich nicht den Rest hab ich im Lager warum was ne das trade ich aber ich trade das was im Lager ist hier nicht ich will dir mit dem Auto einmal habe ich das oder ich lass mich selbst ach so mach so komm wir gerne mal auf nicht auf mich auch noch viele Leute zu uns mein Mann auch nicht Stuttgart aber er würde die würde das vorher die aber auch die Läser die Läser äh, Wasser? Bruder. Ja. Ja. Die Schautschuh. Schala. Ja, du bist auch vorher, aber die auch nicht sieht so schön. Die sieht geil aus, oder? Die Argon und so Neon-Dingens brauch ich auf jeden Fall nicht. Brauch ich auch nicht. Nee. Goldblows Gold? Äh, ja. Das ist ein Flamagei. Warte, brauche ich nicht. Ich kann nämlich nicht joinen. Äh, Kohle-Werkraft kannst du in die Party vielleicht reinkommen, weil dann bleibe ich ein. Äh, Marco, nein, kann ich nicht. Ich trade gerade nur zur Zeit. Tut mir leid. Ich meine, nass viel. Hm, nass viel, ja, vielleicht. Muss gucken. Hm. Ach so, Wasser. Ich hab gesagt, jetzt auch noch. die Natur. Die sieht gerne aus, aber... Hast du noch normale Waffen, oder? Okay, okay. Kohlekraftwerk. So, warte. Ich schicke dir über Party-Einladung. Kannst du erstmal wieder rausgehen. Okay. 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 Marco, kannst du erstmal wieder rausgehen? Okay. Dann bis später. Ach so, ja, okay. Warte, warte ganz kurz. Ich stumme euch ganz kurz. So. Okay. Warte, warte, warte. Also nur die OG-Waffen jetzt. Okay. Okay. Du musst mal wieder einschauen, wenn du da reust. Hm? Nein. 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 Oh Gott. Die mag ich. Also die kommt... Die kann noch nicht wissen. Fällisch. Ja. Die hat kein Element. Ja. Kannst du auch nehmen? Mhm. Der hatte in seiner Straßen vor Kurzem. Schaue ich hier. Ja das ist... Was ist das? Das ist ein Oman. Und der hat... ...Lol. Die hier auch. Die mag ich auch. Die brauch ich nicht. Ja, das mag ich nicht so gerne. Das ist die gleiche. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Epic Number Hi, kannst du mir FA schicken? Hast du einen aus Oman genommen? Nee, nee, brauche ich nicht. Danke. O.G. Das waren die mit Natur nachher. Wie jemand 58er O.G. Was ist das? Die ist sogar gemoddet. Bei O.G. ging damals auf der nicht. Die ging damals auf der nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass auf der Waffe hier damals kein Natur drauf ging. Und ich hatte die. Braue nicht. Mag ich nicht. Zwei 2. Breche von O.G. Ja. WP. WP. Was ist das? Zwei. Wer viel zu tun? Also, nur mit zwei Stats. Mit einem Halbaufenergie, wer wackelt? Ja, blaue Waffen, interessiert mich eher nicht. so Kassel und an also diese die 2 2 2 3 die 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 kann sein ich weiß nicht also diese eine Speck die Spektor die 93er diese Prozent weiß ich mal nein nicht die nicht nein diese epische die epische die Fallen Spektor und diese die und und noch diese anderen und noch den um diesen her den goldenen Drachen zweimal Schaden gegen die Probebeziele startet ungeworfener Ziele das selten kann man das cool aus Kürze zu verhaben Prozent wie schon so dass du mir dafür geben da muss mir noch was drauflegen weil die schatten diesmaler weißt du also ich kann maximal noch warte 83 werden aber ich muss noch ich muss noch warte ich kann ihn noch breit werden aber 23 sollen wir mein lager packen weil das habe ich ja vorhin von dir getradet weißt du was freust du nicht so nie weil du zuguckst nein ganz gut aber dafür will ich ein bisschen mehr haben also weil das kann es mir noch irgendwas kleines drauflegen irgendwie weil so eine sturmklinge mit natur nein sprach verlost du auch waffen mal gucken mach ich vielleicht im nächsten so kürzelt das sehen und die 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 brauch die bauten und ich würde ich gebe ich gebe ich gebe vorher hat es aber die bürger für die stadt wird es wird wenn ich einen Respekt und die hier will ich auf jeden Fall Also die beiden. Ich benutze ja keine... Ne, brauche ich nicht. Ich benutze keine Nahkampfwaffen. Ich brauche die nur für Sammlung. Soll ich sammel die? Ich kann dir die hier noch geben. Ich brauche auch zu kämpfen. Warte. Ah, die ist auch nicht... War das die? Ja. Ja, ich brauche wie gesagt nur OG-Waffen für Sammlung halt. Am besten viele. Also den Elektronenröhrenwetter, oder? Ganz kurz. Kannst du mir 75... Äh, was ist 75? 25 Mal an den dann würde ich machen. Ich habe keine Füße. Doch. Doch, hast du. Warte, wie viel zu zutzt? Nein, 25, weil dann habe ich den ganzen Deck. Weiße. Okay, danke. Bitte. Hier. Oh, oder gar das tut... Oh, die der Klärschießen. Das tut schon weh, Digga. Das tut schon weh. Der... Uff, den habe ich schon so lange. Aber egal. Der hier ist halt geil, finde ich. Weil der hat halt irgendwie so komische... Sachen. Oh, der hat eine Fake-Natural-Fiesn-Rache. Warte. Ja, warte kurz. Ich trade noch jetzt mit denen. Dann. Gehst du wieder raus, oder? Ja, da willst du noch drinne bleiben. Ja, warte kurz. Ich stumme ich dann jetzt kurz. Jetzt auch mal. Wir können später noch mal. Okay, hallo, Leute? Ja, hallo. Will irgendwer von euch jetzt mit mir traden noch? Ich. Also, kommt dann einfach mit in die Box rein, wer da will. Okay, Kohlekraft. Warte, dann stumme ich den einen auf. Das war so. So, okay. Das war so. Also, ich habe OJ-Waffe und so. Ja, okay, gut. Was war da? Ich weiß es nicht. Was hast du? Ich weiß ja nicht, was du hast. Also, ich habe eine Drachenklaue, 82 Grad. OJ als Gütze. Ich weiß nicht, was ist so. Ich weiß nicht, was ist so. Ich weiß nicht, was ist so. Ich würde es zeigen, wenn ich dann halt den, die Strahler-Skizze, also der Epidale-Skizze auf 71, dann so, äh, die Stadler-Skizze auf 71. Ich brauche keine Skizze, also für ja keine Skizze nicht mehr. Brauchst du Doppel-Element-Toten? Ja, nicht, dass ich das nicht. Ich brauche ich. Ja, aber ich meine, hast du OJ-Waffen direkt so halt, weißt du? Also, Boden lässt du sie knicken. Wenn ich auch noch... Aber die, die, die. Aufer-Nahrgang Waffen. Die, 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 die. Warte, 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 geh mal ein, 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 zurück, geh mal ein, zurück. Also auf die reifiges Rache, oder was das war. Ach so, und das ist kein Raff, das hat... schade schade ich hab ich hab gedacht hat gedacht das ergreift so ich hatte man reich ist nachher es gibt aber halt nicht nicht ich bin nun keine Ahnung dann haben die die Neuheit Fertur man kann sie mir zeigen dass in die Banken die und die Erkrankung ganz die Erschen Null Haltbarkeit Kaffmann das ist weg das ist so eine Doppel was wird sie dafür für die nullhaltbarkeit toten was so was wert ist das wissen wir nicht ein angebot machen ich auch nicht deswegen auf kreis im tier so erzimmer ist das halt echt schlimm so ein ich bin schon seit vier stunden und 20 minuten jetzt kann ich langsam wieder auf kreis editieren davor konnte ich gar nicht auf kreis editieren kreis dauert absolut lang er kommt hier ist er zu ja brauche ich keine ahnung was hat das was ist das für eine doppel element toten was das für ein was ist das für doppel element ja genau hallo ja aber was was für doppel element also energie energie feuer feuer energie feuer auch so ok m wenn sie brauchst jetzt mit so und die wird oder generell erst mal würde ich um jetzt brauchen ja was für uns also ich brauche es wofür Wofür wird Zweikaschatten? Wofür wird Zweikaschatten? Wofür wird Zweikaschatten? Hallo? Ta-ta-ha-ka Ta-ha-ka 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 Ta-ha-ka, hallo Ja, was willst du für Zweikaschatten? Was willst du für Zweikaschatten? Also du hast ja gesagt, wer gibt Zweikaschatten? Für was soll ich die Zweikaschatten geben? Was gibt's mir dafür? Was gibt's mir für Zweikaschatten? Das haben wir eben gesagt. So gesehen. Redet nicht mit mir. Kino Hast du das verstanden? Gerade was er wollte? Er wollte irgendwas, für irgendwas wollte er schaffen. Zweikaschatten, ich hab eben eine für 100 Sonnen getradet, ne Doppel-Element, roten Dräberin, ganz ehrlich. Du musst halt mal bedenken, äh, dasselbe Element, dasselbe Standard-Element ist immer das, was am wenigsten wert ist. Aber bei der, z.B. bei der Fan-Doppel-Element ist ja physisch und Feuer, glaub ich, am wenigsten so. Ich hatte letztens eine, ähm, eine Totengräber, ne, mit, ähm, Feuer, Wasser, Natur. Die war krass. Also, die hatte ein Kumpel, aber, ne, dein Freund hat mich gekickt, ne, ich hab' nicht gekickt. Weil du mir nicht antwortet hast. Du bist dran, ne, dein Freund ist dran. Ja, ne, dein Freund ist dran. Also, ich hab' noch ne OT-Hexer halt und, ja. Wie brauch' ich halt zu schaffen. Ich hab' 1, 2, 3, 4, 4. Ich hab' vier Stecks- und hundert und geben. Frag' ich nicht, wie viel Willste dafür, weil, keine Ahnung, ja. Es hat so eine Toten, die eigentlich gar nichts mehr zu tun. sie nicht existiert aber weil sie halt Null-Haltbarkeit hat, aber... Ah, was halt selten. Ja, weil sie halt Null-Haltbarkeit halt existiert, sie ja eigentlich nicht. Verstehst du, ich meine? Du kennst... du hast... ja, du kennst Nego, ne? Klar. Ich hab den nur Prozess. Ja, so Kürtiswerfer, ne? Ja, kennt man ja Null-Haltbarkeit, ne? Klar. Dann kommt mein Freund, äh, schießt ein bisschen mit ner Toten in meiner Lobby rum, sagt auf einmal zu mir, meine Toten hat Null-Haltbarkeit. Ja, weck'n, die hat Haltbarkeit drauf? Ne, ne, das ist es ja. Die hat, also, Energieelement, äh, Quitschaden, also, äh... Wann, darf ich, darfst du die nochmal angucken? Darf ich mir die nochmal angucken? Ja, das versteh' ich. Hä? Ja, ich hab' auch gar nichts, das versteh' ich nicht. Ich hab' auch nicht, ich hab' auch nichts. Danke, ich hab' auch nichts. in der Mission das ist noch zu spüchen das ist toll und auch schon so 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 das ist weil ganz kurz jetzt schon die ganz kurz ich glaube die wollen reden was was wollt ihr ja was wollt ihr Prozent Prozent die Waffen viel mehr er will aber er hätte die Feuerwehr nicht viel wert aber so und die in die ist so ich schätze 100 100 Sonnenwert maximal ihr habt ihr ja ja wohl er die die sie passierte die Doppel ich habe ihn gekickt weil er hat nicht geantwortet hat nicht geantwortet ich glaube das sind mehr hat mich gestorben das sind die Verkaufsrunden geben ja ich brauche die nicht ich habe eine mit Feuer das hätte schon da echt ja guck guck das Beste war dann wieder hochgekommen du bist doch kleiner Scanner aber komm ja mal ein warte wer hat eben mit ihm getradet noch mal gehabt ja Izen und Kopfkohlen nein der andere oh der das war der hier doch ja genau geht ihr beide mal raus geht ihr beide mal raus weil ihr habt ja schon mit mir getradet gab gell Marco hat noch getradet mit dir warte werdet ihr ziehen wer werdet ihr nur in Halbbarkeit Totengräber ich wer es ist ich hab die nicht ich hab die nicht ich hab die nicht ey ich wollte doch mit zu tun ja wer hat wer wer hat gerade eine wer hat gerade eine wer gerade eine ähm Null-Haltbarkeit Totengräber ja Kohle ja okay dann gehen wir raus Marco geh raus 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 so ihr habt doch schon getradet ich hab auch noch eine was Null-Haltbarkeit Kanonade ich bin auch Null-Stuss also Null-Ealtbarkeit Marco stumm die wieder so und was hast du gesagt Null-Ealtbarkeit Kanonade ja aber die sind Null-Ealtbarkeit ja aber die sind Null-Ealtbarkeit weißt du zeig mir jetzt hier aber ich hab noch mehr Sonnen und Dingens aber Rotfrag nicht mehr welche Schatten würdest du mir denn dafür geben für die ich weiß es nicht wie viel willst du will ich das wissen richtig kleinen Kopf so richtig so richtig so richtig so richtig so klein ne ja genau die Augen so groß ja aber die klein musst du sagen die Augen sind immer noch nicht ich hab die Idee kann sagen ne ne es geht ab nix traden wir auch noch? ja können wir machen ich trad ja nur seit 4 Stunden und 29 Minuten ja dann musst du nach Hause ne ich hab noch 4 Stunden und 29 Minuten seit da seit so lange stream ich schon und traden verrückt ne das tut schon im Kopf weh dass die ganze Zeit in Erre bin ok wie heißt das ähm ja was willst du wieviel dir jetzt gerade gleich geschafft wieviel schatten wir jetzt schon kennst du dich äh felix kennst du dich mit Null-Ealtbarkeit-Totenerbe aus ok spiel das Spiel nicht also rette die Welt naja warum weil der hat eine zahlt der aber sag ihm 10er PSN und die Währung die du dafür brauchst dann kannst du ja moin 10er PSN wahrscheinlich klick schon ok äh wie heißt das ja wieviel willst du tradest du Schatten oder ob sie ja tradest du auch so Sonnenstreich hab auch noch hier im Lager 700 aber 800 aber ok also wieviel willst du denn für die Null-Heilbarkeit keine Ahnung irgend irgendwas rund 20 oder so ist ja für die Toten wärmer die ich halt eigentlich nicht will wirklich viel sein sie ist halt eigentlich gar nix wieviel Schatten gibst du für Null-Heilbarkeit Kürbiswerfer äh gar nix weil du gehst einfach auf ähm Kürbiswerfer drauf ich hab die 121er Skizze dann gehst du auf auf Schatten hast du 121er Dingenskizze wenn man auf diese Scheiben bekommt die eine ganz genau wie seine Freund draus im Haus hast du 101 hast du 121er Skizze ja ich hab 121er Kürbis Skizze auf was ist die Brightcore oder auf sie schade weil wär sie auf Sonnenstrah- äh auf Schatten dann wär sie nicht viel wert ok machen wir 15 Sonnen für die Toten weißt du warum sie das nicht beuten weil seine Oma weil seine Oma weil seine Opa weil seine Sohn oder ach Schatten meinst du oder was ja ja ach so oh Schatten ja ok Schatten ja da können wir auch 20 machen ja 20 äh äh warte du wolltest mir 15 Sonnen geben ne nein das war falsch das war falsch also wären das 30 Schatten nicht nein das waren das waren falsch gesagt um um das hat mich nur schaubt und schon mit 25 Schatten gegeben um 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 22 21 Prozent okay ja 21 ja 21 ja 21 ja ist das wirklich die richtige nein Spaß das ist die falsche oh fuck ich hab geschossen Spaß und und die Damm Sprenger wird geschlossen auch nein n 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 ein n n n n n und Marco Polo, Marco Polo, Scrab, Cuomo, ey, was hat's gereinnt? Per Discord, oder hast du Discord? Wahrscheinlich gehe ich auf Discord gell. Äh, äh, nö. Äh, warte, was wäre Katze? Ich weiß nicht. Zeig mal, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Auslandlich. Ich bin schon groß und hier. Ist die auch tief? Ja, die sind beide. Die Bärer, die sind dafür. Komm, ganz schnell rein, komm, ganz schnell rein. Ganz schnell, ganz schnell. Tschüss. Aber schnell. Spaß. 1,6 und mein Bruder, ich bin so schön. Also, okay. Wie heißt es auf Epic? Epic geht gerade nicht. Du musst mich über PSN adden, deswegen gott man ausgült. Epic geht nicht gerade nicht adden. Äh, was willst du, wieviel Schatten willst du dafür? Keine Achtung. Sag es mir, schnell. Kann einer verlassen, es geht nicht rein. Du musst in unsere Party kommen. Ne? Also geh auf meinen Namen drauf, auf Piss, auf Plazy. Dann komm in unsere Party rein und dann lade ich dich ein. Weil sonst geht's nicht. Die Karte dazu oder die, äh, links hier, die haben wir schon. Die haben wir schon. D. 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 für die Hälfte die Qualität bei uns mal kurz schlatschen kurz ein und schwarzen ich musste endlich so was für welche zeig mal noch mal äh für die und die das kann man geschehen Spar was 12 Schatten Epic geht nicht. PSN ist, ähm, God knows God. Was willst du? Zeig mal die andere. Ja, gebt die mal. Was willst du für beide? Ich spiele auf eh doch. Ja, okay. Ja, okay, können wir auch einzeln machen, aber was wird als Doppelpreis, dann teile ich einfach. Ich hab auch noch D-Tal-O-T, hab ich auch noch. Droppen, muss ich mir zeigen. Zeig. So, dann darf ich auf jeden Fall. Hm, nehme ich auch. Spaß. Nein, die war auch nicht, danke. Okay. Obwohl doch die brauche ich. Was willst du für alle? Gute Frage. 25 Schatten. Spaß. 30. Würdest du mir, äh... Was? 40. Würdest du mir 12 Schatten für die hier geben? Ja, aber was willst du für alle insgesamt, weil dann teile ich das durch 3 und dann, ja... So durch 3? Nein. 32, für die anderen beiden 20. Du wurdest auch nicht schlafen, ja. Leute, guck mal, ich kann, ich kann das da hinten editieren. Guck mal. Ist doch klar. Ja, aber guck mal, wo ich stehe. Du brauchst keine in der Hand, das kannst du weiter editieren, das weißt du. Was willst du denn noch kleiner dann? Das wusste ich nicht. Weil wir sind immer zusammen in deinander. Er ist absolut der beste Battle Royale. Ich bin übelst gut im Battle Royale, aber das wusste ich nicht. Ahja. Ahja. Du bist auch schlecht im Battle Royale. Absolut wirklich schlecht. Wie du willst? Okay, warte, also mach mir 32 für alle. Warum? Wieso 32? Weil du für die eine 12 willst und für die anderen 10. Ah. Wer hat das gesagt? Doch, dir mal warte. Bist du mir für die hier, äh, warte. Für die gib ich die 10. Gintest du? Und für die 10. 10 für die, äh, wie viel würdest du mir da dafür geben? Äh, 8. Was? Willst du was essen? Essen. Ja. Boah, essen. Nee. Nee. Spaß. Ja, deine Mutter kocht ja seit Tagen nicht mehr. Äh, verrundere. Weil ich ja, äh... Amt Vongertür. Dafür bin ich ja da. Nee, genau. Weil ich ja meine... Würdest du mir für, äh, die beiden jeweils älteren, und für die... 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 Und für die andere? Äh, shit. Ich hab noch mal höheres Blitzes und, äh... Ja, aber ich will... Diese da und die andere Wasser und dann erst die... Die, ähm... Die, äh... Die, äh... Äh... Keine Ahnung, wie die heißt. Äh... Belagerungsbrecher. Ja, genau. Die Scar labelt Marley. Also... Für... Für die hier elf. Und für die andere... Neun. Wieso neun? Wieso neun? Wieso neun? Wieso neun? Wieso neun? Hä? Die ist auch genau wie das andere. Hä? Nein. Die ist mit 93 und die ist mit 16. Wenn du mir noch eine Waffe gibst, gebe ich die 37 für alle. Mach 40. Besser. Nein. Ich hab ja viel mehr... Ich hab ja viel mehr... Ich hab ja viel mehr bezahlt. Verletzten. Ey. Das ist schuldig. Ja. 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 Ich hab nämlich voll viel bezahlt. Bin einfach, äh... Ich brauch gemordete Waffen, ich brauch OG-Waffen. Ja. Du brauchst gemordete. Ja. Und ich brauch Doppel-Element-Waffen. Kann ich dir auch sagen? Kann ich dir auch sagen? Nö. 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 Wie viel hast du denn ausgegeben? Null. Echt nicht? Hast du noch nichts gesagt? Nö. Was willst du essen? Pizza, Margarete, Doppelkäse, Mais, Knoblauchsoße. Ja, Spaß. Nein. Das hat meine Mama letztens ehrlich gemacht. Voll geil. Ja ohne Schatz, er sagt mir nicht was er haben will. Ich so alles klar, ich weiß schon was du willst. Und dann hab ich ihm hier so bestellt. Legendäre Nudelauflauf. Hä? Der legendäre Nudelauflauf. Ne, keine Ahnung. Ähm. Pizza, Margarete. Würdest du mir für die hier 15 Schatten geben? Nein. Warum? Es gibt die für beide, für die, für beide 22, okay? Für jede 11. Ich will aber nur die 12. Okay, dann geb ich die schon mal für die 11. 11 wie so 11. Hä? Wollt ihr doch 11 auch 11? Hä? 12. Alter, ich schwöre, ich, ich kipp dich gleich. Ruf, zieh mich nicht. 13. Okay. Warte, wie alt bist du? 12. Ja, also 12, gut. Äh, hab ich 11 gesagt. Ich hab noch überlegt, ob ich 11 sage. Äh, 12. Okay. 12. Okay, bitte. 12. Bisse sagt dein Epic auf Ehre. Mein Epic geht nicht, okay? Du musst nicht über PSN adden und das ist, Gott knows God. Wir können es über Epic probieren, aber da bekomme ich keine FA, also. 12, komm. 12. Obwohl sie halt noch früher eins von Sündernahmen holen können, ne? Mach ich schon schon. Ich bin noch mal, Jun. Kann ich doch auch, ich kann noch aufsuchen. Einer. Ja, eigentlich schon. So einfach mal. Wann, hörhören, machen wir jetzt 11 oder 12? 11. 11. 11. Okay, 11.5. Okay, 11.5. Wir haben auch auch mal verstanden. Ja. Wir haben auch mal verstanden. Ja. 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 Deine halbe fehlt noch. Ich hab' dich ein wenig gesagt ist eine 93er. Ach so ne. Nein, die anyway 93. Nein, ich hab' gedacht es wäre auch eine 93er. Habe ich dir noch kotort. Ja, ich hab' gedacht es wären 93er die hier. Übür. Trägt' ich noch einmal. Der krijgs noch ber solutions. Na cool, aber ihr wollt ja helfe halb schaffen. Ich werde keinenKS mache. Oha, ja, dann kriegst du halt nur Halt, dann kriegst du halt gar nichts mehr. Dann nehm ich das glatte. Nein, das behalte ich jetzt auch. Wenn ich ne Waffe. Kriegst du die hier und die hier. Boah, jetzt hab ich ja, jetzt hab ich 14.700 Schienen. Hast du mich adden? Ich heiße, nein, ich adde keine Leute, ihr müsst mich adden, so heiße ich. Abgehoben. Brauchst du Schrauben? Ne, ich hab 37k, Spaß. Ich laber nicht, ich scheiße heute. 6,7k. Ich hab 14.000. Warte, ich kann dir genauso. Wenn das Looser-Tanz, stell ich einfach vor, dass wir Loser-Tanz, okay? Okay. Hast du eine Natur-Jekko? Nein, aber ich suche einen, der Natur-Jekko hat. Ich weiß nur, wer ein Wasser-Jekko hat. Ich kann dich nicht adden. Ich spiele auf. Ja, okay, dann können wir nicht zocken. Es tut mir sehr leid, aber es gehen nur Playzy-Leute zurzeit bei Epic. Nimm das hier nicht. Man kann hier nichts. Guck, da passiert gar nichts. Was zahlst du für dafür, Jekko? Ich brauch's nicht. Äh, jetzt, komm, lass diese 93er blöde Waffe chillen, okay? Und dann reicht's auch schon wieder, Digga. Ich will die jetzt endlich haben, okay? Wieso willst du die haben? Weil ich sie haben will, okay? Ja, okay, was willst du das? Machst du... Äh, machst du 20 Shots? Oh, Bruder. Okay. Kaputt gemacht. Diese... Er hat seine Stimme, zweitens. Er... Er... ...promosiert mich so krass. Drittens. Er regt mich so auf. Was zahlst du dir natürlich, Jekko? Keine Ahnung, kommt auf 1,500. Ach, du bist magst du, ne? Ja. So machen wir 4,500, war? Tschüss, ich bin 11 aufs 4. Dann halt 22. Ich bin 10. Nee, ich will keine 10. Dann hast du mir auch mehr gegeben für die anderen. Ja, das war, weil ich nett bin. Brauchst du Water Jekko? Ja, ich brauche unbedingt einen Water Jekko oder einen Natur Jekko oder einen Energie Jekko, aber keiner will den erzählen. Ich kenn mir da 4 Water Jekos, wisst du? Einen Water Jekko hab ich. Was, nur ein bisschen Sorgen. Wer hat Water Jekko? Keiner. Ach, ein Spremer. Da wollt ihr mich alle provozieren, oder was? Ja. Die haben 4 verschiedene. Und noch ein Tee, äh, Feuerschniebewerb. Komm da unten. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Lach mal, Jun mit Soße. Lach mal, Jun? Lach mal, Jun. Lach mal. Nee, danke. Jun, lach mal. Was ist das? Hat mir was gemixt? Oh, oh. Gib mir, ich probiere es zuerst. Ich weiß nicht, wie viele Tabletten er davor reingeknallt hat. Aber wir haben mega viel. Hey, geht voll. Ja, ist voll lecker. Hallo. Ja, hallo. Okay, du machst mich jetzt kaputt. Ich würde schon jetzt 22 Minuten. Alter, das brennt richtig auf. Ich wollte die ganze Zeit trainieren. Ja, aber jetzt mach schnell, oder kick dich, okay? Jetzt, mach. Jetzt 22? Nein, nicht 22. Wieso nicht? Ich glaube noch mal. Leonie. Wieso nicht 22? Doch, doch, okay, 22. Ja. Das ist gut. Also heißt du, wie lässt du, Leon? 22. Also bin ich hier, so. Und? Mach. Gute Job. Und warum? Ich mach jetzt gleich was zur alten Mama. Also wunderbar, ich glaube... Warum? Es sind 20. Hey, es sind 22. Es sind 20. Aber ich weiß doch, was du immer noch. Das sind 22. 20, du hast dich verlesen. Das sind 12. Okay, wie viel willst du noch dafür? Ich will noch 9. Alter, ich hab morgen wieder... Ey, bitte nicht. Das ist so viel. Das ist eine epische Waffe, Digga. Was tut's von mir? Ja. Bei mir gibt's manchmal Bock auf... Ja, dann, warte. Äh, 3. Ja. 3? Das ist nicht genau so. Nein, warum heißt du Leon, Dach und noch Maschinen? Einer! Nimm doch! Nein! Nimm doch! Was willst du noch? Ich schenke nicht mehr mit dir. Okay, der Nächste. Raus! Marco, 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 Marco! Darf ich noch Waffen verschenken? Der eine, ich hatte da keine... ...eine anderen Dosen... Warte, das ist mein Metall. Also, du mal Waffen verschenken. Nein, dafür nicht. Okay, was willst du? Keine Ahnung, gib mir irgendwas. Also, ich brauche OG-Waffen. Habe ich keine. Dann kannst du hier an der Stelle rausgehen. Ich schwöre ich den ganzen Tag! Nein, Spaß, aber... Nein, aber... Komm wieder rein! Welche Sterne? Die Grüne, Exotik. Hast du, ähm, sechs Sterne Materialien, äh, fünf Sterne Materialien? Ich gehst doch schon für lange Exotik, hab ich schon öfter gesagt. Brightcore, Sonnen, irgendwas? Der ist für reich, guck mal, komm mal hier hin. Der ist für reich. Ein Mann soll die wagen. Spaß, Guess sua. Also Frilzene, Land. Ein Mann muss immer aufgeschlossen. 你 ni e te殺жеval ему Bonus. Ja? Ein Mann muss nicht sein, aber... auch nicht Glückung. St.. Okay, ey, das wird nicht beides haben, das wird nicht beides haben, weilste und einmal noch wasги. Da hatte ichAAAA angeboten. J ... was willst du dafür ich gebe dir alles spaß ich habe ich habe diese leon das oder was das ist kann man kennt einer diese waffe hier kommt okay seid ihr bereit für die tollste alle gut sprecher ehrenmänner seid ihr bereit für die seltenste waffen spiel ich kann nicht auf die wachgebrochen mit energie daneben mit feuer ich habe mit feuer ist hier auch die mit feuer nur die jahre die erlaubt und erneutend der stadt der dw kommt der herren geht ja dann kannst du kurz rausgehen weil ich habe gerade nur rdw ich bin ja okay ich glaube ich komme rein ich komme Ja, gib mir Opsi und Mala, Kiano, bitte mach Licht aus, Alter, ich schlacki, gib mir so ne Cocktail, ne? Okay, Spaß, guck auf Google, schreibt einer, ich komm rein, weil ich weiß, guck auf Google, das war coolstes, ey, ich hab die ganze Zeit, äh, fix, die Rest in die Welt sind fix, ne, so scheiße, mein Gott. Ja, ach, das geht nicht, ne? Ja, einfach hinbekommen. Ich kann das eigentlich sogar gut. Kannst du 8-Layer? Ja, aber nur ein Battle. Ja, ich auch. Kannst du 8-Layer und über die Pyramide und die Platte editen? Ja. Ja, ich auch. Aber auch nur ganz, ganz leer. Mach dir das zum Puschen. Ich auch. Ich mach auch, ich mach auch 9-Layer, guck so. Es gibt kein 9-Layer. Ich wollte gerade sagen, ich bin kaputt oder was, ey? Ich denk mir vor, das kann einer. Ich denk mir vor, einer kann so 9-Layer oder sowas. So, nee, 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 nee. Jucki, wie wildes Pender, meine Rolle. Ja, das geht gar nicht. Ja. Ach so, mein Leer. Ich kann doch nicht nur im Sprint drei Treppen nach oben, aber da auch. Aber ich kann es bisschen. Spaß. Ja, ich so, ich hab's geschafft. Guck, ich schaff's auch. Nein, Leer, komm. Das sind Raketen, die fliegen, okay? Ja, ich wollte auch sagen, wo sind die Raketen in der Luft? Das sind immer noch, äh, das sind Raketen. Ja, das sieht aus nicht, das sieht aus wie ein Mikro-Schwang. Nein, das sind Raketen. Das sind Raketen. Und was, wenn ich Mikro-Schwäste so? Das sind Raketen. Immer rechte her. Hey, wie konntest du die zum Fliegen bringen? Ja, weil es Raketen sind. Aber wie aus dem... Raketen könntest du in die Luft schießen, aber nicht fliegen. Doch, sie können fliegen. Raketen können nicht fliegen. Doch, die können fliegen. Doch, die können fliegen, dann zu lassen. Doch, tatsächlich. Raketen sind toll. Hä? Wie soll die Sotter auffliegen? Ey, Gott knows, bro, provoziert mich nicht schüttend. Meine FSV. Psch, der raus, okay. Gerne raus. Mach nicht. Ich ging das auf. Ich ginge, das ist hier. ich hab eine mit energie macht ich gebe dir doch für londonis mosamun auf 106 gebe ich dir ein breiter und 15 sonne wer werte jetzt noch mal eben mit mir denn ich habe sechs zuschauer ihren kurs will er mal kommen mitlesen ich glaube nicht wer hat jetzt aber das maler und das ob sie okay wer hat das mal und das ob sie okay marco er mag kommen her warum ich trete das alle haben aber auch weil du cool bist wenn ich bin ich hab 400 alle inster folgen z marco 1 4 8 mich jetzt nicht schreibt mal alle werbung für euren youtube kanal rein die wollen wir haben einfach gerade fast 500 kommentare egal was geht bei euch ab der gleiche ich weiß euch fuck alle folgen z marco alles klein das ist das ist das ist das video muss jugendfrei sein hallo sonst kann ich da sonst werde ich gestreut von youtube und was machst du wenn du gestreut wird ja dann wenn man 3 6 oder noch nie die band ja ja wer gibt treibend die 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 hat doch schon mal jemand jetz wie gar nicht oh auch jemand richtig krebs mal im krebs marco kommer ein marco aber nein doch aber doch doch ich will doch aber okay denn dann auch zu erinnern ob sie denn ob sie denn ob sie über was gibt es zu mir etwas wird sie dafür was hast du dafür er hat keine Ahnung was brauchst du dafür die Doppel-Element noch Torno das geh mal weg hab ich nicht ja du hast du bot alter Kaffer hast du eine ja guck doch guck hier ja bei Gotland 130 ja oh boah mein Marco gib sie wieder gib sie wieder gib sie wieder gib sie wieder ja okay ich job sie wieder ja ja die liegt da da liegt sie doch wie selbst du sie nicht auf die die schaffst du ich bin nicht die ich bin nicht dumm ich bin nicht dumm ich geb dir mein Obst du mein Maler wenn du mir die gibst Okay, gib. Ich... Nee. Ich trage das mit dir. Nein, Spaß. Okay, warte, ich geh, ich hol sie dir. Get out of me! What the fucker? Okay, ich hab sie. Pack sie noch höher hin. Gib sie. Ich mach mein Video so... ...und Spaß. Ja, das war noch Spaß. Wo bist du? Hinter dir. Wo? Ich seh dich nicht. Du bist zu sehen. Kein Spaß. Warte. Ja, 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 ja. Hier. Ja. Ja. Ist sie selten auf Natur? Nein. Aua! Guck mal, ich hab auch eine Doppel-Element, guck. Hä, was hat sie? Natur und Feuer. Nee, Wasser und Feuer. Hä? Geht Galaxienfeuer. Was? Geht Natur und Feuer, Natur und Feuer. Warte ganz kurz, ich bin ganz kurz weg. Warte ganz kurz, ich bin ganz kurz weg. Boah, ja. Da oben sind Raketen in der Luft. Mein Schwänze! Egal, das ist ein Raketen. Penisse! Ich hab jetzt mal was. Ich hab jetzt mal was. Ich hab jetzt mal was. jetzt jemand auf die andere seite mache ich mache ich glaube ich habe hier was und probiert aufzunehmen hat ob es gepatcht früher konnte man von dieser seite die sachen nicht aufgeben und von der seite die sache aufnehmen ja hast du von real ari oder so er war da war sie gar nicht mehr in den letzten Jahren die der reichens vorliegen Prozent Kostkissen die letzten Jahre mit viel Arie mal in der dritte Reale gezeugt habe er ist immer der Fälle was jetzt von mir bei wem ist der Fälle drülle Gottenhausgott Das ist mein Squadman, ne? Ja. Ey, jetzt komm, Marc. Marc, jetzt komm, weil ich cool bin. Jetzt komm. Marc, heißt hier jemand Marc? Komm mal her, Leonardo Dida. Marco, Marco. Komm. Komm her. Also, komm her. Nee, du bist ein Tremmer, Junge. Du hast dich getremst. Ich trage dich nicht mehr. Boah, du kannst auch rausgehen. Digga, Gostko hat mich auch gescammt. Neunz-Raktive. Oha, oha, wie er lügt. Ja, komm. Ja, wie er lügt, Alter. Ich weiß, dass ich um neunz-Raktive gescammt. Was für? Wofür ich nicht? Seien wir leise, Alter. Nicht nur neunz-Raktive. Ich weiß, der Knopf. Boah, Alter. Tsch, aua. Tsch, aua. Ey, Marc, jetzt komm, Marco. Ich bin doch in den Tremmer, Digga. Nein, kriegst du nicht. Überhaupt, dass ich scam, hallo. Denkst du ehrlich. Du bist cool. So, also, ob sie, gell? Zuerst gesagt, kann sich nicht mehr erinnern, jetzt sagst du, dass du gar nicht gescammt hast. Trolli. Hab ich auch nicht. Ja. Wie viel ist das? 115. Ich will bitte ne 300. Und warum? Dass sie sie traden will. Was willst du überhaupt für Opsi für ein Stack? Für ein Stack Opsi will ich ne Doppel-Element. Keine Doppel-Element-Waffen, ich meine, was ich habe. Ach so, ich will schatten. Okay, wie viel? Hä? Dumm. Hast du schon mal mehr getradet, Gottlochskopf? Nein, überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab's Kinn schon von den Waffen. Wieso, ja, ich hab's Kinn schon. Ich kann dann. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht, gell? Wie lange kann das alles dazu? Okay, was machst du jetzt? Ja, 200 Opsi gegen 200. Hä, das ist, nein, dumm. Hä, das ist genau eins zu eins. Ja, genau. Schafft man seine Nachteile, Opsi seine Nachteile. Hm. Ich kaufe mir Opsi die Bühne dazu. Okay, jetzt gibt Opsi gegen irgendwas, was ich brauche. Äh, hast du... Äh, was hast du? Hast du, äh, hast du, äh, Dings, äh, ähm, äh, wie heißt das? Moller. Nein, hab ich genug. 600. Äh, äh, hast du... Äh, äh, ist 100 zu 200? Hm? Nein. Dumm. Äh, ich geb dir 300 für 100. 300 für 100? Hä, nein, das ist auch zu schlecht für mich. Weil normalerweise ist es 1 zu 2, also 100... Nee. Nee. Nee, 1 zu 4, oder? Hä? Also, ich mach... 1 zu 3. Keine Ahnung. Ich mach immer so... 1 zu 3. 400 Bright, äh, 4... Also, 300 Opsi und, ähm, 1 Stack Dingens und 1 Stack Maler. Was willst du dafür? Ja, 100 Bright. Mach auf! Mach auf! 100, ich hab nur... Ich hab nur 81. Ja? Wie viel Sonnen hast du? Sieht das aus? 60. Gerade nur. Also, gerade nur in Inhoff. Schatten? Ja. Egal. Siehst du also, wie ich... Schatten, halt. Sie gucken mal, in Blitzung. Ich hab gegen Opsi ist dumm, weil dann musst du... Dann musst du dir weniger Schatten einfach nur geben. Das ist dumm, das lohnt sich für mich selbst auch nicht. Hast du Glatten? Ja, aber Glatte trade ich nicht. Robustes? Hab ich nicht. Willst du ficken? Äh, ich brauch das nicht. Hast du rossige? Nein. Ich hab... Ich hab... Glatte. Äh, hast du... Hast du rossige von mir? Ich? Hast du traps? Hast du... Palmen? Ich? Okay, warte. Also, 81... 81 Bright gegen... Warte, oder? Ne, wir machen so... Ach, Dario, Biblio, keine Ahnung was. Hallo? Was geht? Ähm, also 81 Bright und, ähm... Wieviel Sonn? Schlapp sie jetzt auf. Aber guck dir da takt an. Guck mal. Also machen wir so 81 Bright und, ähm... Bild noch... Sonn? Ja, wieviel Sonn? Wieviel Sonn willst du noch dazu? Weil... Wieviel Sonn ist ja 1 zu 2 zu Bright. Guck mal. Der gibt 58 Stummklinge. Also ich würde hier noch irgendwie 9 oder 10. Sollen wir 100 Stummklinge? 100 Stummklinge? Willst du die haben? Ich würde hier noch 10 draufgeben. Ja, dann würde ich... Ich brauche keine... Ich habe noch keine 130er-Wochen. Ja, aber damit kannst du gut traden. Kannst du mir glauben. Ich habe meine Craft aus meiner Klasse, die ich umsonst bekomme. Ja, aber ich meine, damit kannst du gut traden. Ja, wir sind drin. Wir haben es geschafft, kaputt zu hauen. Team. Trade mit einem von denen zuerst vielleicht hat sie dann auch andere. Okay. Wir machen du und Jade, Kappa. Okay. Wartet. Wer wir von euch traden jetzt, wer hat, ob sie wird. Denken's. Ja, dann geht die andere raus. Aha. Hast du Sonne, die du tradest? Ja, ich hab... Ist das Stummklinge oder 6? Hallo? Ist das Stummklinge oder 6? Das brauche ich nicht. Ja? Das brauche ich nicht. Ja, okay, gut, geht mal. Ich brauche... Ja, komm! Ich brauche das hier. Ja, ich brauche das hier. Ich geb' noch eine Planke. Ging... Ist das gut? Ja. Super. Seid mal b... Seid mal bisschen leise, bitte. Ich geb' noch diese Kuckuckerspiegel hier. Ey, seid mal bisschen... Danke. Ecke. Ecke. Könnt ihr mal ruhig sein, hallo? Oder gegen... Opsi... Gegen Bright oder gegen... Ja, echt. Nee, warte. Hast du Sonne, die du tradest? Ja, ey, sag mir, ich hab' Sonne, die ich tradest. Ich tradest gegen Bright oder gegen... Opsi... Also gegen Opsi würde ich eher machen, aber... Alter, ich... Warte, heb das mal auf. Ich... Ich brauche... Ich brauche das nicht unbedingt. Das ist zu wenig. Toll. Ähm... Ja. Ähm... Samir, Epic geht zur Zeit nicht, ne? Deswegen, du musst mir über PSN schicken und da heiße ich halt... God knows, go. Also... Hier so wieder... Ich stumm dir jetzt, ganz ehrlich. Willst du bei mir in 70er schon... ...karten mit der 24er-Waffe? Die kichern wie Affen. Neee... Hab' den gekickt. Zumindest den ein. Ich kick den jetzt auch mal dingens. So. Okay, warte. Wie viel ist das? 50, gell? Halt, ob du den gekickt hast. Ja. Ähm... Schick du mir mal... Ähm... Sam... Samir... Schick mal per PSN, bitte. Kannst du mich schicken, weil ich will jetzt noch ganz kurz traden. Also, I have God knows, glaubt. Also, G-O-T-N-O-S-C-O-P-T. Ist einer im Stream, der mir vielleicht bei meiner brutalen SN6 helfen möchte? Macht Ehrenaktionen auf Ehrenbrunner-Phasen. Okay, was willst du dafür? Was brauchst du? Äh, Waffen oder Sonnen oder whatever. Wieviel Sonnen willst du dafür? Zehn. Leute, guck dir, wie asozial er zu sein, Abonnenten ist, Kappa. Zehn würde ich machen. Danke. Jetzt Likopäne. Äh, lass die Sonnen... Hast du jetzt was bekommen? Warte kurz. Lass die Sonnen schick... Mo... Schick mir morgen eine. Lass die Sonnen schick... ...mir morgen eine, etwa. Die Meister schicken. Lass die Sonnen. Schick mir morgen eine, etwa. Äh, was ist das? Die Meister schicken, so lass die Sonne. Ja, praktisch für sie vielleicht. Und die Schick mir morgen eine, etwa. Ja. Genau. Was damit? Äh, was willst du geben? Warte kurz, ich gucke kurz an. Schatten, geilen, fetten, äh... Äh, ich kann da nicht drauf gehen. Äh, pfff... Keine Ahnung, ich brauch das eigentlich nicht so wirklich. Tut mir leid. Ich verstehe den Typen nicht, was er mit... Lass die Sonnen, meine ich. Way up in the sky. Ich kann schon wieder nicht drauf gehen. Äh, pfff... Way up in the sky. Keine Ahnung, kommt drauf an, wie viel du dafür willst. Also, ich hab vier Stück, wenn du mehr als 10 Sonnen willst, dann tut's mir leid, aber dann brauch ich sie nicht. Ich hab' einen fetten, ey. I have a big dick. Geht nicht, nehm. Ey, mach mal hier einen Fernseher rein, ich will zugucken. Was ist? Bin noch weit... Mach mal da ein Fenster rein, ich bin noch weit weg. Eine Zahl von 1 bis 7. Acht. Warte. Eine 6. Sex für 6? Ja. Sex, sex, sex. Sex. Pfff... 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 spenden in der spendbox und jetzt geht er weg jeder weg macht hier eine tür hin und geht ihr wieder in eure trade box eine wassernock ja eine 106er ich mache die günstiges angebot weil du mir eben eine wasserfantum geschenkt hast also ich mach dir sehr günstig 300 gemacht gib mir ganz wenig noch irgendwie bisschen bisschen schatten oder sowas dann kriegst du dir weil das wäre eben auch eine phantom geschenkt er geht mal kurz baurechtig so diese gescheites trading und auch noch 130er feuer und noch fast komplett verboten er geht mir baurechtig gibt die gescheite trading box mal ganz kurz ich will ich will nur von hierhin gucken keiner darf den stream sehen okay ich geh weg weg ganz ja hast du noch eine wassertröte ich habe skizze davon auf 130 was ich schreibe mit dir und ich habe auch eine 130er müllkanone eine für 50 ob sie was eine 130er totengribe für 50 ob sie ja hi hast du speck wenn du sprich mit meinst nein speck habe ich nur wenig hier ich habe auch noch mit wasser auch als gezogen und 30er aus dem spiel genommen ich habe auch wer es wurde aus dem spiel genommen ich habe auch noch welches verpasstens weg ich auch wofür so ganz kurz blinde was ist das das ist schon eine richtig geile trinkgerelle keine ahnung kannst kannst du mir Metz geben oder sowas dann ja hebe mal kurz auf hebe mal kurz auf hebe mal kurz auf bitte ähm kannst du mir eher Metz geben tradest du deine deinen speck falls ja was willst du dafür keine ahnung irgendwie paar Opsi oder paar Schatten oder irgendwas ähm keine Ahnung gar nichts mehr warum willst du dann Opsi oder Schatten ja für die 130er ne mit Wasser ja also die hat 4 Epic Stacks und ein Legi ne ja ich hab die Fis ja ja sonst ne Deine Blink wie meinst du willst mir Herstellungskosten dafür geben also dass ich äh die kostet ja äh das ist ganz ach so ach so will ich mir Materialien ach so ich hab gedacht du bist mir einfach so geht ich hab gedacht du gibst mir einfach irgendwelche Materialien und dann sag ich ja oder nein so hab ich gedacht machst du das ja Kohle ja Kohle Kohle ich schwöre Ehrenmann Digga einer der da dran denkt hast du noch Sprengpulver hast du noch Sprengpulver dann mach ich guck mal hier Bruder ich muss los ne tschüss haust du ne mein Sprach ey tradest du mir Kohle bitte ja ich brauch die unbedingt hier kannst du geschenkt haben ok machen wir das für ne warte 20 Bright ich werde ich werde nicht geiern ne aber kannst du noch ganz kleines bisschen Kohle drauflegen danke danke frag dich mal ob er mich an strom kann warte ich stell' gerade her ich hab dir auch mehr ich hab dir auch mehr ein weg ob sie gegeben hat kann niemand jemand hat so was weiß ja das ist was 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 wir machen ein weg ob das ist das ist was so darf ich mir mal ganz kurz die Natur angucken äh ich hab noch nie ne Natur in der Hand äh ja für 300 Speck keine Ahnung würde ich das machen na aber sieht fresh aus warte ne guck mal hier die kannst du mir sonst uptraden die ist voll lecky und die 2,18 nein nein behalten die danke ich brauch keine Totengräber aber danke weißt du ich pack nur ganz kurz die achso sorry ich hab dich gerade übelst eingebaut hebt mal die Toten wieder auf keiner geht in seine Spendenbox da liegt eh nix drin da liegt ein sechs wetten da liegt nix wetten da liegt nix wetten wir da liegt du siehst es doch durchschnitten die Wände da liegt was soll ich mal reingucken ich werd mit dir da liegt eine Planke drin ich hab Kupfer ein Kupfer ein Kupfer ein Kupfer ein Kupfer ein Kupfer ich hab doch gesagt er würde niemals nennens machen hier hier tradest du deine Steine Holz und Metall gegen 2 alle wenn ja alle dann nein kommst du wieder rein ich geb dir ohne scheiß ich geb dir für das ganze Stein wie viel ist das ganze Stein wert ungefähr oder keine Ahnung 35 hat 4 300 ok tradest du Sonnenbrite ja ich trade Sonnenbrite hier unten habe ich auch noch mein ganzes Sonnenbrite da ja noch 10 ins Lager rein auf Preserver ja schickt mir einfach FA wenn ihr traden wollt genauso wie der jxmax ok leute äh das ist niemand egal pass schon das soll ne Katze sein ach egal egal guck einfach bloß nicht hinter die Katze dann ist alles ok wie heißt wie heißt Epic unten steht nur PSN ähm ja ich weiß weil Epic geht zur Zeit nicht also man kann über ja man kann über man kann über Epic zur Zeit keine FAs mehr verschicken du kannst es ausprobieren aber dann wird da diesen Fehler entweder steht dann da diesen Spieler gibt es nicht oder Fehlermeldung oder es steht einfach gar nichts und ich bekomme keine also ich kann dir auch keine schicken das ist bei jedem so da warte kurz da kommt einer rein dann geht mal bitte auf bitte ich baue hier ok weil ganz gut ich gehe ganz kurz ich gehe ganz kurz Spielshirt Hallo Hallo ok hi das ist habt ihr Wasser Krebswerfer nein tut mir leid brauch die OG Waffen Ja, ich. Was willst du dafür? Ähm, das ist ja gar nicht die Beine. Und dann die hier... Warte kurz, darf ich ganz kurz was kommen? Was ist das? Ach so. Der hat gar kein Element. Es wird wie bis versagt. Warte ganz kurz. Okay, warte. So. Aber es wird halt fast kaputt. Der hat Wasser, das ist neus. Und was ist das? Sturmklinge. Das hat Doppel-Element. Das hat kein Doppel-Element. Das würde da sonst stehen. Kannst erstmal aufheben. Kurz, warte. Warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz was gucken. Hallo? Hallo? Bitte Doppel-Element. Ja, will ich. Okay, hallo? Bist du wieder da? Ja, hallo? Ja, hallo. Okay, hi. Mein Gott, komm einfach mal mit in die Box. Nehmt so. Nur mit der nichts aufhebt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was willst du denn dafür? Weil, also die eine ist auf jeden Fall keine Dingens. Keine. Welche? Äh, die Sturmklinge. Also die hast du ja jetzt nicht geglaubt, aber... Was willst du für die Waffen? Also, dieses, äh... Die hier, den Elektronenröhrenwerfen will ich auf jeden Fall, aber... Mal kurz, ich guck mir nochmal die Argon an. Ja, keine Ahnung. Und den, den brauch ich auch nicht. Den hab ich vorhin schon getradet, so einen. Aber was willst du für die beiden? Hm... Wie viel, äh, hast du Sonne oder Broadcore? Mehr habe ich aber... Wie viel? Ähm... Vielleicht... 10 Sonnen. Für beide? Hm... Na, sagen wir mal... Hm... 18 Sonnen. 18? Ja. 15? Komm 18, dann hab ich genau 20. Ach so, okay. Komm. So. 18. Hier, bitteschön. Danke. Kein Problem. Wie brauchst du jetzt... brauchst du jetzt noch was? Hm... Was brauch ich sonst noch? Ich hab... Ich hab halt sehr viele Kürbiswerfer. OG? Äh, leider nicht. Ach so, okay, schade. Äh, hast du Wasserkürbiswerfer oder sowas? Ne, ich such grad auch einen. Hm... Scheiße. Deswegen, ich geh ganz kurz Partychat. Du kannst ja auch Partychat kommen. Also Partykommen. Hallo? Hallo? Ja, sorry. Okay. Ja, warte, ich lass es vor allem. Was für Doppel-Elemente draufstehen? Hm... Doppel-Elemente. Keine Ahnung, was hast du... Ich bin grad, äh, beschäftigt. Von einer Seite guckt sie auf Handy. Und von einer Seite bin ich halt, ähm, wenig zu essen gegangen. Kannst du mich nochmal einladen? Hallo? Ja. Ja. Okay. Hi. Äh, willst du noch was, oder? Ja. Ja, hast du Pechschwarzes? Generalpolver? Nein, ich hab vorhin... Also ich hab nur noch 15, aber... Das kann ich schenken hier. Ja, danke. Problem. Und hast du... Und hast du... Ich rede, dass du viel Kohle hast, wenn du die grad Sprengpömer kraftest? Jaaa... Hab ich eben gerade getradet. Wurde schon ein bisschen was traden? Was? Das 1K Kohle. Äh, was für 1K Kohle, 1K nicht? Ach so, äh, kannst du 200 traden? Was gibt's zu mir? Ich brauch nur so einen... Nur so einen... Uff, Digga. Was? Schenkst du dir Leon? Ja. Also wer hat jetzt 1K? Den uns... Ich... ähm, dieser Biest oder der Biest. Okay. Ähm, ja was... Sie brauchst nur Sonnen. Mhm. Nee, nee, danke. Brauch nicht. Aber was hast du für Doppel-Element-Waffen? Ja, 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 das würde ich gerne. Kannst du mal sehen, oder nicht? Du hast keine Links. Doch, ich hab's auch nie. Ich hab nur 21. Ja. Äh, ich geh jetzt weg. Ja. Ja, okay, ciao. Gut Nacht. Äh, warte, was nochmal? Also Hex vor Armbrust, äh, Phantom. Ja. Äh, ich geh jetzt weg. Ja, okay, ciao. Okay, für was wir zu wenigste? Oder alles gleich? Oder alles gleich? Wenigste. Was jetzt? Ich kann dir sogar mal sagen, für wie sie sich abgeträgt habe, denn ich werde halt nur bisschen kurz raus machen, weißt du? Ja. Kommt drauf an. Ja. 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 Doppel-Element. Oh, das ist ganz nice. Ja. 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 Mein Kumpel hat Skizze gehabt, aber wurde gebahnt. Drei! Es ist doch. Ja. Okay. Ja. 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 auch keine kraft und mehr davon gibt aber okay aber es gibt halt viele leute die haben es gab halt einfach nur einen crafter mit natur ja ich hab schon ich kann die geile Wäsche besuchen ey guck mal ich hab ich hab einfach ich hab einfach eine 0,00 ähm Phantom äh Totenräber ja aber das ja ja wie dann wie viel hast du wie viel hast du für diese äh die Klasse für dieses Gap bezahlt mit 8 Blocks tschüss ich hab mal so wie ich es ungefähr aber ja wurden auch dupliziert es gab nur drei Stück davon und jetzt wurden die dupliziert aber es gab es gab noch es gab nur einen Hersteller das weiß ich das ist und ich kann ja ganz ehrlich sagen ich hab auch mal dupliziert gehabt ich hab auch mal ich hab auch mal Water Jackers gedupliziert letztens mit nem Kumpel hab ich aber auch Epic gemeldet und dann haben die mir die auch weggenommen aber weil ich weil ich irgendwie fair gemeldet hatte wurde ich halt nicht gebannt dafür habe sie sich bedankt halt mit so einem Glitch also du musst es am Spawn dich hinstellen mit Pyramide ne doch es ging und das haben die Amerikaner vor allem erst in 10 Uhr entdeckt dann ging das ich schwöre ich hab sogar Stream gemacht auf 2. Account ich hab halt geguckt man konnte keine machen die Beziehungen heute spielen mein Kumpel schuldet mir auch mein Kumpel ey guck mal mein Kumpel schuldet das das Ding ist mein Kumpel schuldet mir noch 3 130er Water Jackers ne ist so lächerlich da ist nochmal das Ding ist es gab halt vor ungefähr 2-3 Jahren gab es ein Waffenbegriff für 2 Stunden keiner vom Kühlschrank und der Kühlschrank kam und hat den Dings oder so weiter wie weißt du und die haben halt unter sich sehr viel die Begriff gezählt kann ich dir ehrlich sagen die haben halt sehr viel unter sich gepliziert und so sind halt die Preise haben die die bestimmt es ist genau so wie stell dir vor es gibt 3 Energiebegriffen naja ja 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 willst du morgen mit mir ein Natur äh Sepatron OG traden eins kostet bei mir 70 Sonnen nein brauch ich nicht ist so nötig ja ich sammle die eigentlich aber ey ich beende erstmal stream weil ich gehe auf da ist nochmal äh brauchst du diese Armbrüste oder nein danke weil wenn du Plus machen willst Bruder Meiner wie viel gibst du mir an ja weil ich wollte ich wollte nicht minus das was ich habe und das ist zu wenig glaub mir glaub mir glaub mir glaub mir das ist zu wenig ich habe ich habe ich habe nur 50 breit gerade und Prozent 2 32 Sonnen so weißt du weil das in meinem Lager diese ja das im Lager die 800 und die die keine Ahnung die ist auf 106 wohl nicht einmal geschossen sag du musst sagen was du geben willst mh ich weiß halt nicht ich könnte 50 und 32 hatte ich noch aber oder können wir morgen traden weil warte 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 in der Bayer warte kong Warte warte g ich habe ich habe vor 4 Benecks Village Warte 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 Play Gar nix. Willst du sammeln oder willst du hier weiter tun? Sammeln. Einfach nur ins Lager tun und nix tun. Ja, du bekommst ihn für alle natürlich. Ja. Ich mach doch wieder nix. Nee. Dann würdest du von mir ja, ich kann nicht über das sagen, was du hast. Feuer physisch. Doppel und kann dir gerne das Füße empfehlen. Feuer physisch? Bro, das ist das schlechteste Element, was man haben kann. Also das schlechteste Doppel-Element. Ich hab zumal drei... Ich hatte damals, ne? Mal einen Energie-Jacko. Ich hab den kaputt geschossen. Ich hab sogar noch ein Screenshot von, auf Playzie. Wo ich den in der Hand habe. Ja, schick ich dir gleich. Aber ich geh erst mal jetzt essen. Okay. Bis später. Gessen, ciao. Wenn ja, ich glaube, ich bin nicht mehr so sense. Ich bin halt der